Dankeschön Wo? Wie heißt dieser Wald? Der ist in der zweiten Insel Schattenddschungel Schattenddschungel Hallo Anne Hallo 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 Wird ja auch mal Zeit, dass es endet Schon, gell? Dieses Drecksspiel Ich hab das ganze Wochenende Also ich hab jetzt ungefähr Eine Woche gebraucht Nochmal komplett Alter, hallo? Hallo? Nochmal komplett Ultrasonne durchzuspielen Das ist nicht Das, was ich will Ich hab vor allem Donnerstag, Freitag Samstag, Sonntag Viel gespielt Und es ist Echt hier und da Ein bisschen gemein Weil sobald ich weiß Oder es jetzt bemerkt habe Ist Gen 7 Das einzige Spiel Wo dir Pokémon Nicht gehorchen Wenn du vor der Arena stehst Also wenn du vor den Top 4 stehst Normalerweise Wenn du die letzten Arena Leiter besiegst Gehorchen dir Alle Pokémon Bis Level 100 Und hier Gehorchen sie dir Bis Level 80 Und wenn du dann Den Champ besiegst Gehorchen sie dir Bis Level 100 Jetzt ratet mal Was meine Pokémon Für ein Level hatten Kurz vor den Top 4 Alle waren auf Level 82 Und da ist es Level 82 Und Es war so Nervig Die Top 4 Zu besiegen Oder allein die Siegestraße Hä, hallo Wenn ständig Deine Pokémon Sagen Oh, ich faulenze Das hätte ich Echt nicht gedacht Ich habe mich Die ganze Zeit Darauf gefreut Dass ich Durch die Siegestraße Und durch die Top 4 Durchrennen kann Und dann Das ist einfach Level 80 Cap Das war ein bisschen Gemein Hallo Dave Hallo TV V-Lios Hä, warum bist du gestorben? Was hat es getan? Was hat es getan? Hast du Risiko-Tackle gemacht? Okay Was hast du getan? Alle auf Level 82 Dein neuen Markbarn Auf Level 82 Oh nein Werdet ihr jetzt Die Soul-Link zitieren? Mir ist da dann wieder aufgefallen Warum ich so Nasslocks Und sowas nicht mag Also es hat super viel Spaß gemacht Und vielleicht machen wir weiter Keine Ahnung Aber mir macht sowas Kein Spaß Weil in dem Moment Wo Wir verlieren Alles umsonst war Und da ich ein Sammler bin Und kein Kämpfer Habe ich am Ende nichts davon Wenn wir es nicht schaffen Ich habe noch nicht mal was davon Wenn wir es schaffen Hallo Fabian Also das war dann wieder Dieser Moment Dieses Gefühl Was Krass Ich hatte immer noch Einen Schutz von Der Siegestraße aktiv Das ist dann dieses Gefühl Weswegen ich auch Roguelike Games nicht mag Wie Pokerog Natürlich auch nicht Du machst Du machst Du machst Du machst Du machst Du verlierst Und in meinem Fall Hast du noch nicht mal Bist du noch nicht mal Schuld dran Und alles ist weg Alles ist vorbei Und alles war umsonst Jetzt kann natürlich Leute sagen Ja aber der Spaß War nicht umsonst Ja Das ist halt der eine Teil der uns unterscheidet Wieso spielst du es denn? Was denn? Ein Soul Link Weil Spaß gemacht hat Ihr hättet aber auch Sonnenbobons cheaten können So müsstest du nicht Stunden Im Gras grinden Hast zwar keine EVs Aber naja Kannst viel machen Muss man Die Regeln Muss man halt Etablieren Also der eine Punkt Ist dass Du hast ja gesagt Du hast weder was davon Wenn du gewinnst Wenn du noch was verlierst Eben Deswegen mach ich ja sowas Wie Nasslogs Und sowas ja eigentlich nicht Weil ich Weil ich kein Glücksgefühl Dabei verspüre Weil am Ende Hab ich nichts Und wenn ich verliere Hab ich erst recht nichts Und es gibt nur diese zwei Sachen Weil es gibt nichts Was ich sammeln kann Es gibt nichts Wo ich eine Trophäe freischalte Es gibt nichts Es ist alles Eine Momentaufnahme Und irgendwie Macht mir sowas Keinen Spaß Aber es hat Es hat schon Spaß gemacht Habt ihr ja gemerkt Ich hab mich ja Reichlich amüsiert Aber hast du was Über manche Attacken gelernt Keine Angst Das hab ich in einer Woche Wieder vergessen Keine Angst Das merk ich mir nicht Absichtlich Sein Zettel weg Ach so Das ist alles noch aus Ähm Ich kann sie nicht mal einstellen Weil noch keine da waren Schläfts Ich kann meine Angst hoch Mal sehen Ich kann sie Besuchen die mal ge die 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 Hallo Angel. Nee, es hat Spaß gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich Lust habe, weiterzumachen. Wenn, dann müssten wir Regeln ganz fix definieren, die Sinn ergeben. Ich weiß mal, reines Chaos. Zum einen überlevelt man sich, zum anderen levelt man nicht, zum anderen sind manche randomized und manche nicht. Zum einen finden wir nur Pokémon, die sich nicht entwickeln, zum anderen existiert Drachenwut ab Level 7. Es war so ein Chaos. Und wenn man dann keine Ahnung hat, keine Ahnung. Ich hab gern Ordnung in meinen Projekten und das war alles das Gegenteil von Ordnung. Weswegen es euch wahrscheinlich gefallen hat, weil es Chaos war und alles durcheinander war. HGSS ist eine schreckliche Levelkurve. Ja und immer, schon immer noch habe ich nicht HGSS geschafft durchzuspielen. Aber ich bin weitergekommen als letztes Mal. Letztes Mal bin ich im Knochen-Fenster-Turm draufgegangen. Dieses Mal haben wir es geschafft bis Bianca. Yay! So, das war Quartermug. Wo ist Tortunator? Tortunator ist... War das nicht beim Bergpfad oder so? Hier? Ich hab noch nicht mal Schnellreisepunkte, weil ich so durchgerannt bin. Tortunator ist... Glühberg, ja. Glühberg. Glühberg, 10%. Ja. Okay. Geil, ich hab keinen Schnellreisepunkt beim Glühberg. Warum nicht? Weil ich mit diesem Schild reden muss? Ihr wart so gut wie nie, zeiget euch an der selben Stelle. Das hätte ich mir halt auch gewünscht, dass wir zusammen immer an der gleichen Stelle sind. Dass es... Dass Zuschauer es gleichzeitig verfolgen können. Dass man's vergleichen kann, wem was passiert in dem Moment. Fehlen nur noch die Ultrasonne-Mons. Ja. Und ich hab gestern, äh... die schreckliche... Magianer... Arbeit begonnen. Wobei, es geht schnell. Ich musste nur dann abbrechen, weil man nur 10 Pokémon am Tag tauschen kann. Also... Ich kann von Anfang an erzählen. Für die, die es nicht wissen, wie das ist. Mir fehlt... Originalform Magiana. Es fehlt mir nicht wirklich. Ich hab's. Oh mein Gott, der schaut runter, der Idiot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber das Originalform Magiana, was ich habe, heißt Buja, weil ich mich so gefreut hab damals, und hat die Otelius Mind. Deswegen möchte ich das alles nochmal machen. Und... Magiana bekommt man nur. Hallo Marco. Hallo, hallo, hallo. Übrigens, eure Spirits sind nicht rausgekommen. Ich weiß nicht warum. Setzt nicht Spirit ein. Ich mach's wieder aus. Ich hab keine Lust, das jetzt zu richten oder rauszufinden, was da ist. Magiana, die Originalform, bekommt man nur, wenn man alle Pokémon bis Gen 8 in Home registriert hat. Alle. Auch Mystische. Und... Da ich das schon habe, kann ich es nicht nochmal triggern. Deswegen hab ich einen neuen Home-Account gemacht. Ohne Spitznamen würdest du es trotzdem neu machen. Ja, weil der Account Leos Mind heißt. Togeremaru. Das heißt, ich hab einen neuen Home-Account gemacht. Und... mehrere Probleme. Das eine ist, ich brauch Pokémon Home auf dem Handy, da man da nur Magiana bekommt. Man muss die Handy-App haben, weil da das Geheimgeschenk Magiana empfangen werden kann. Genauso auch mit Shiny Zorro-Arg. Zorro... Zorro... Zora... Zeraora. Und dann hab ich ewig geguckt, so... In der App, wie kann ich mich abmelden? Ich wollte mich abmelden auf meiner... in meinem Home und mit meinem neuen Home-Account mich anmelden. Das geht nicht. Es ist technisch nicht möglich, sich in der Pokémon Home-App abzumelden und einen neuen Account anzumelden. Du musst die App deinstallieren, dein Cache leeren und dann neu installieren und am Anfang wird gefragt, was dein Account ist. Das ist aber sowieso eigentlich irrelevant. Ich fand's sehr interessant. Man kann Pokémon Home nicht sich abmelden und neu anmelden. Der nächste Punkt ist, ich muss natürlich Pokémon Home kaufen. Das heißt, ich hab ein Ein-Monats-Abo abgeschlossen jetzt nochmal für 3 Euro auf dem anderen Account. Der nächste, das nächste Problem ist, dass du nicht einfach zwischen Home-Accounts transferieren kannst. Du kannst transferieren zwischen Accounts auf der Switch. Also ich kann ein Home-Account und ich kann von Benutzer A und Benutzer B beide Pokémon auf diesen Home-Account machen. Aber ich kann nicht von einem Home-Account auf den anderen Home-Account transferieren. Das heißt, ich muss Spiele als Zwischenablagerung benutzen. Das heißt, das Einfachste ist am Anfang BDSP, weil du da alle Pokémon aus Gen 4 übertragen kannst. Das heißt, du öffnest einfach BDSP, machst alles von Home rüber in BDSP, die ersten 4 Gens. dann gehst du ins neue Home und nimmst alle aus diesem BDSP rüber. Da ist es schon. Das ist ein cooles Pokémon. Ist es männlich? Nein. Wow. Knuddel of Nix kannst du. Hallo, Emmi Luna. und dann machst du den Rest mit Schwert und Schild und ein paar musst du dann noch mit Karmicin und Popo machen. Und eine Sache hat mich schon ein bisschen dabei geärgert, aber ich habe es dann einfach ignoriert. Leider. Es gibt ja Attacken, die heute nicht mehr existieren. Es sind dann die Attacken, die diesen Ausrufezeichen haben. Und wenn du dieses nehmen wir zum Beispiel mal an ein Gen 3 Pokémon. Du hast ein Gen 3 Pokémon mit einer Attacke, die nicht mehr existiert. Und ich musste jetzt alle meine Origin Dex Pokémon auf ein modernes Spiel übertragen. Das heißt, jedes Pokémon, das eine seltene exklusive Gen 3, Gen 4, Gen 5, Gen 1, 2 Attacke hatte, hat diese Attacke jetzt für immer verloren. Weil die Home-Regel ist, ja, es lernt die Attacke wieder, aber nur, wenn du das in die Gen zurück überträgst. Und ich kann nicht in Gen 1 zurück übertragen, natürlich. Deswegen haben viele von meinen Pokémon jetzt Attacken verloren, die es nie wieder lernen kann. Was ein bisschen schade ist. Ein paar Pokémon habe ich dann drauf geachtet, wie zum Beispiel Genesect. Das Genesect, was ich hatte, hatte auch ein Ausrufezeichen und da dachte ich mir, du bist mystisch. Ich werde dir nicht deine einzigartige Attacke jetzt wegnehmen. Und zusätzlich, also Genesect wollte ich zum Beispiel da nicht übertragen. Es ist technisch gesehen nicht verloren. Ja doch. Man kann zwischen Sets wechseln, aber es gibt kein Gen 1 Set. Klar kann ich sagen, okay, die Attacke existiert nur in Schwert und Schild. Also gehe ich wieder auf die Anzeige von Schwert und Schild und dann habe ich die Attacke von Schwert und Schild. Aber gibt es die Anzeige für Gen 1? Nein, weil Gen 1 existiert nicht in Home. So oder so, egal, Attacken sind mir nicht so wichtig. Gibt es kein Pokémon Bank Home Set? Ich glaube nicht. Gibt nur Spiel. Aber gut, wenn es es gibt, schön, dann habe ich das Problem nicht, aber ist auch egal, weil mir war das nicht so wichtig. Ich fand es nur interessant. Du hast dir ein Stream Deck Plus gekauft, herzlichen Glückwunsch. Machst du dazu ein Update? Nö, ich spiele Pokémon. Ich mache keine Videos mehr, Emiluna, die du meinst. Hast du das vielleicht bemerkt? Sorry. Schlechte Zeit zu fragen. Ich erzähle jetzt weiter. Oh, es ist so kompliziert. Und dann gibt es halt Pokémon, die ich gar nicht übertragen kann auf Wow, was für ein geiler Spawnpunkt hier. Dann gibt es Pokémon, die du gar nicht übertragen kannst auf Switch-Pokémon Spiele. Und das ist komischerweise ein Encada und Pandir. Was so ein Quatsch ist natürlich. Wobei in den Kader ist wahrscheinlich ein Schwert und Schild drin. Das wäre gegangen. Aber ich konnte den Kader und Pandir nicht übertragen auf BDSP. Dann natürlich Kuckmada und Nagelotz und dann natürlich die Affen und Quaffaff. Und zusätzlich habe ich mich nicht getraut Hooper und Genesect zu übertragen wegen den Attacken. Aber warum macht ein Kader Probleme wegen der Entwicklung? BDSP hat einen Kader. Was soll denn an der Entwicklung? Also das ist einfach schlecht programmiert. Selbst wenn es in Kader ist aus BDSP glaube ich geht es nicht. Das ist wie Pandir. ist einfach verbuggt. Auf jeden Fall das sind die Pokémon die du nicht übertragen kannst auf ein Switch Spiel. Das heißt ich muss die selber mit mir tauschen über Home. Das heißt ich musste Rosa beten mir ihr Handy zu geben habe darauf Home installiert habe mich neu angemeldet und habe dann zwischen zwei Handys diese Pokémon die eben auf der Switch nicht existieren übertragen und da es mehr als zehn sind musste ich dann musste ich dann erst mal es sein lassen und da das heute war weil es nach 12 Uhr nach Mitternachts war werde ich erst heute um Mitternacht die restlichen Pokémon übertragen können und dann Magiana empfangen und ihm keinen Spitznamen geben und ja aber es ist es ist ein ziemlicher Pain die Pokémon zu übertragen vor allem ich habe das ja schon öfter gemacht für Schiller Schillerpin einfach hin und her hin und her hin und her ich habe alles aufgezeichnet ich werde es dann warum schafft es Knuddelhoff nicht vor einem Elikid zu flüchten naja es soll sterben stimmt es darf ja einfach sterben ehrlich hat Gen 7 ein Ende ja JJ hallo ich muss sagen ich hatte aber doch Spaß mit Gen 7 es ist halt eine schreckliche Story aber ansonsten hättest du das nicht in Oras fangen können ja ich könnte einfach Nagelotz Quaffaff und sowas in deren Gems fangen und dann hoch übertragen aber ich glaube das dauert länger als einfach in Home auf Tausch zu gehen es hat super funktioniert man kann halt nur maximal 10 tauschen hallo Henriette wenigstens einer es gibt so viele Gen 7 Fans und bist du jetzt männlich komm schon was jetzt muss ich gucken ob das nur weiblich ist aber das kann ja nicht sein natürlich nicht ich hatte zweimal hintereinander einfach das Pech von 30 Prozent wow Quereinsteiger geht's ich glaube Totonato hat keinen Quereinsteiger glaube ich hat Knuddelhof die richtige Ability ja ich habe nie ein anderes Knuddelhof gefangen warum sollte das die Ability wechseln das ist auch das Knuddelhof Danke Henriette Dankeschön Echt Totonator ruft sogar ne kommt bestimmt gleich wieder es sind 10% ja das habe ich gestern gemacht ich habe also eigentlich wollte ich ja gestern streamen aber ich hatte einfach keinen Bock weil die Wohnung war so dreckig und da dachte ich mir okay entweder ich stream jetzt weil Rosa ist nicht da und dann putze ich die Wohnung am Montag aber am Montag sollte ich eigentlich das Kindwurm Video aufnehmen und dann hatte ich mehr Bock zu potzen als zu putzen als zu streamen und ich habe ehrlich gesagt auch gar keinen Bock auf dieses Zelda Spiel ich weiß nicht warum ich habe allgemein keine Lust irgendwas anderes zu machen außer Pokémon Sachen aber was wir morgen Nacht machen werden ist Silent Hill 2 da habe ich tatsächlich Bock drauf richtig dunkel Licht aus Silent Hill 2 in der Nacht und das soll richtig gut sein ah vielleicht habe ich morgen keinen Bock ich glaube ich fand Gen 7 auch interessanter als Gen 6 aber beides ein Downgrade zu den Genstaff 4 für den Origin Decks das sowieso Gen 7 ist interessanter wegen den Pokémon die es gibt es gibt allein Garsteller und sowas ist einfach es gibt coole Methoden um hier Pokémon zu kriegen Ultra Bestien und sowas auch wenn es ein Pain war und Gen 6 halte halt nichts außer Vivillon sonst nichts das mit Vivillon ist eher eine Frechheit als dass es cool ist es ist cool aber die drei sind halt eine Frechheit aber wir haben es ja gleich ich hole Totonator dann hole ich Typ 0 dann hole ich Cosmog und soll Galeo und dann äh sollte dann sollte ich hier den Clown bekommen und das mit dem Clown verstehe ich noch nicht so ganz weil im Moment sieht es so aus als ob ich einfach wieder äh Muramura bekomme weil der Clown ist ja woanders aber Tali ist steht da wo Muramura eigentlich ist ich verstehe es nicht Alola Wulpix brauche ich auch noch ja Hallo Jacques ich hoffe Mas 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 Kagito und Kitakami Kitakama Katakami äh komm schnell der ist nicht woanders der ist nicht woanders ach dann habe ich ah nee stimmt der ist nicht woanders das heißt nur so da ja 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 es gibt keine mystischen coolen Events mehr das nächste einzige coole ist dann Infamomo das war wenigstens ein Event Maska was ach ich habe Maska Gato gesagt Mas Kito und Maska Gato fusioniert da ist es Männchen sonst mache ich echt langsam zittern zitter nicht Männchen diesmal mache ich aber nicht Trugschlag aber das könnte jetzt dauern ohne Trugschlag ah nee äh bei dem darf ich Trugschlag machen also vielleicht wahrscheinlich hat er noch nicht mal wahrscheinlich ist er noch nicht mal komplett down wenn ich Trugschlag mache schau easy Ultrapfort nicht vergessen für die Mücke und das Papier sag ich ja hoffentlich habe ich da mehr Glück als bei Gaslord schlinking mir fehlt nur noch eine Ultra Bestie sehr gut dann sind wir gleichzeitig fertig weil du brauchst jetzt noch ewig habt ihr einen Tipp wie ich an die letzten 18 Pokémon komme in Pokémon Home das können wir nicht wirklich wissen wenn du uns nicht sagst welche 18 Pokémon Parasek ja ich habe ziemlich von Anfang an Parasek gehabt und es war einfach immer im Team und EP-Teiler aber es ist trotzdem langsamer als die meisten das war nicht sehr gut in den Top 4 ich hatte eigentlich nur zwei Pokémon also ich hatte eigentlich nur vier Pokémon in den Top 4 weil eins war mein Fuegro was komplett unterlevelt war weil ich nie damit gekämpft habe das andere war Parasek was nicht wirklich attacken kann also ich habe das ganze mit 4 Level 82 Monsters durchgespielt die mir nicht gehorcht haben und es ging ganz gut es hat halt manchmal ewig gedauert und Quereinsteiger waren nervig weil dann brauchst du halt so lange um wieder anzugreifen dass er wieder einen Quereinsteiger ruft und wieder und wieder und wieder die Top 4 war anstrengend weil du einfach weil die einfach stark sind und Ultra Necrozma war auch gemein Ultra Necrozma war gemein eigentlich hätte ich einfach nur Knuddler machen müssen zweimal nice eigentlich hätte ich nur zweimal Knuddler machen müssen aber dieses verdammte Mimikma hat mir nie gehorcht und irgendwann nach dem 10. Versuch hat es dann einfach zweimal hintereinander mir gehorcht und Necrozma war weg guck wie es schaut wie süß es guckt die man nicht auf der Switch bekommen kann das sind aber nicht 18 das sollten auf dem Discord ist eine Übersicht das sollten nur 9 sein genau du wartest einfach auf Legends Z wenn du keine Lust hast dir Bank zu holen und die alten Spiele okay dann Wullpicks finden wir tatsächlich hier finde ich die auch da oben ich glaube ich hole sie unten 13 mit Ashcrudget zu 14 ja gut die brauchst du aber nicht um einen vollen Deck zu haben aber ja hör mir auf mit dem nie gehorchen ich habe extra auf deine Empfehlung das andere Team genutzt Gott war das ein Pain warum hast du es denn gemacht ich dachte du wolltest ein cooles neues Team dir machen ich finde es aber du hast hoffentlich selber gemerkt dass das schneller geht als wenn du ein komplett neues Team baust weil du kannst jeden Kampf überspringen und das allein spart so viel Zeit am Ende die Siegesstraße ist hier einfach nur ein Raum durch den du durch kannst und dann ignorierst du alle Trainer und dann musst du gegen drei Trainer am Ende kämpfen die schwer sind da musst du einfach A-Spam und hoffen ich hätte vielleicht heilen sollen okay Rulpix Rulpix muss ich dann noch entwickeln was mit einem Eisstein geht oder ich dachte Bank ist eingestellt dann hast du falsch gehört dürfte ich von dir wissen aus Nachforschungszwecken warum du das denkst wer hat dir gesagt dass Bank eingestellt ist wo hast du das gehört gelesen wer hat dir das gesagt warum hast du es geglaubt du darfst nur mir glauben Family wie Family das habe ich noch nie gehört die Familie ja dann hast du nur Lügner in der Familie wie Family okay woher woher haben die diese tolle Information nein Bank ist nicht eingestellt ich habe ein eigenes Video dazu gemacht wo ich mich darüber aufrege dass Leute denken dass Bank eingestellt ist obwohl es es nicht ist und ich habe auch ein Video gemacht wie du jedes Pokémon übertragen kannst von Gen 1 bis Gen 7 auf die Switch ever googlen Leos Mind Transfer oder Leos Mind Pokémon Bank und es wird dir vorgekaut klar kannst du das mit dem Gehorchen umgehen du musst halt immer abwiegen wie viel mehr Zeitaufwand es ist und okay wenn du richtig vorausdenkst und die gleiche ID und sowas benutzt okay aber wenn du nicht vorausgedacht hast hast du trotzdem die Option einfach 6 Pokémon zu fangen tauscht es rüber aufs durchgespielte Spiel levelst sie schnell hoch auf Level 40 was 20 Minuten dauert und dann tauscht sie wieder zurück und dann gehören sie ja dem Account du hast sie noch woanders trainiert wo es halt super schnell ging und dann hast du Level 40 Pokémon mit dem du locker das Spiel durchspielen kannst es geht alles musst halt nur dir selber überlegen wie viel Bock du hast das zu machen und ich habe nie ein Problem damit ein Spiel mit ungehorsam Pokémon durchzuspielen weil du musst nur A drücken und irgendwann funktioniert es du sparst trotzdem so viel Zeit vielleicht hat er ja Bank noch nicht runtergeladen wie du einfach assumest dass Emmi Luna ein R ist The Lord aber Die The Lord hat natürlich recht dass wenn man sorry weil Die The Lord hat natürlich recht dass wenn wenn du Bank nicht runtergeladen hast dann geht es natürlich nicht aber das nehme ich das schätze ich sehr stark natürlich dass du Bank nicht runtergeladen hast aber das ist doch kein Problem was sind denn das für Probleme das ist doch alles kein Hindernis halbe Stunde später hast du Bank muss noch ein bisschen ein bisschen tricksen ein bisschen ausprobieren Eisstein habe ich sowas ähm ich glaube ich habe Donnerstein kann man Steine hier kaufen ich meine ich kann ich muss es eh übertragen im anderen Spielstand habe ich wahrscheinlich einen Eisstein ich übertrage sie erst und entwickle es dann okay jetzt war es aber schnell mit Gen 7 durch naja ich habe eine Woche gebraucht eine Woche immer mal wieder gespielt dann holen wir jetzt jetzt Typ 0 und dahinter sollte ja ein Clown Gesicht sein ähm ist das hier ja ne das ist hier was ist aus Brutalander geworden wie wie was ist aus Brutalander geworden auch stimmt ich habe dazu nie ein Tweet gemacht das habe ich komplett vergessen achso was du meinst was du hast gefunden eben du meinst ob ich es gefunden habe natürlich habe ich es gefunden warum sind hier Pokémon Trainer hä warum sieht er mich oh mein Gott der guckt durch seine Beine durch das ist Quatsch das ist Quatsch Dave warum hast du das nicht gesehen da ist der Clip Frau Trunks hat dir den Clip gegeben was ist das zweite ne das dritte äh 89 149 und 88 waren die waren die Hits umzugstress unverschämt ich wollte eigentlich auch einen Clip machen ich habe das total vergessen wie kann ist Tandrak warum warum ich verstehe kack Wechselwirkung nicht warum ist mein Donnerblitz nicht vernichtend bei dem Tier es ist Gift Wasser es ist Drache ist es gar nicht Wasser das ist so ein Bullshit wenn Tandrak nicht Wasser ist es ist Gift Drache es ist so ein Bullshit warum ist es kein was ist denn das für eine Logik das ist genauso wie einfach ein Thunfisch kein Wasser ist hast du das mit Gen 6 Sigard getestet ja aber ich wollte das noch mit euch hier testen ich wollte es euch zeigen Sigard fehlt uns auch noch ihr könnt es erahnen natürlich funktioniert es wieder Fake News letztens im Stream hier jemand einfach gedroppt das mit dem Gen 6 Sigard funktioniert nicht also wenn ich Leuten einfach glauben würde es war schon so oft dass wenn ich Leuten geglaubt hätte dann wäre einfach nichts gegangen weil einfach Leute von vornherein sagen das geht nicht natürlich geht es natürlich ging es und es wird heute ich werde es heute auch nochmal machen weil ich das andere Sigard noch fangen muss und dann zeige ich nochmal wie es geht und es ist super einfach das Sigard habe ich in Gen in Y gefangen und es waren 10 Bälle bloß ich habe 10 Bälle Sigard gefangen dann übertragen und dann konnte ich es einfach in den Cube reinstecken in den Würfel und dann hat sich es aufgelöst und dann habe ich wieder ein neues draus gemacht und auf einmal war es ein Gen 7 Sigard auf Route was ist das 16 auf Route 16 gefangen und im Pokéball mit OT Leo alles wundervoll wahrscheinlich könnte ich sogar dieses Sigard von jemand anderem nehmen mit der OT Krubbeldi Bupf und dann hätte es trotzdem die OT Leo weil dieses Ding einfach komplett zersetzt wird und es ist egal ob das aus Gen 6 oder 7 kommt das funktioniert großartig ich glaube das ist der interessanteste Weg gewesen wer ist Krubbeldi Bub ja der Sigard Finger der große gib mir dein Typ 0 was kriegt er eigentlich achso warum kriege ich das Typ 0 Uwe hallo ich Vorentwicklung von Dings ok klick jetzt sollte Clown Gesicht kommen wer ist das Brutolanda ist gar nicht gesehen ja ich hab ich war beschäftigt ich hab andere Sachen angeguckt hallo olupoto der wald von poni da ist es jetzt was ich cool fand schönes detail dass die zwei ultra menschen die zwei anderen sind die beim die bei mond in der welt quasi einen empfang haben das finde ich cool dass je nach edition die zwei charaktere getauscht sind was nur ein bisschen seltsam ist dass wenn ich mit ihr rede dann beuge ich mich so runter wie zu so einem kleinen kind das finde ich cool dass sich sonn und mond tatsächlich viel unterscheiden nein wir machen nicht die rainbow story nein mein parasäk ist aber ziemlich im arsch ne direk direkt der erste ist das der hässlichste von allen ist das ist koplosio das hässlichste schon oder da schon oder ist das dümmste von allen natürlich ist er trotzdem witzig aber es ist von allen der dümmste zweimal kann man empfangen ich weiß gar nicht was da ist stein alles was man nicht weiß ist immer stein feuergeist natürlich wer sieht ihm das nicht an das ist feuergeist gut für parasäk parasäk du schaffst das hätten wir hier schon moment mal hätten wir jetzt hier zählen müssen ist das ist das nicht sogar ein rare also ist das nicht sogar ziemlich krasse catch rate ah scheiße ich habe nicht gespeichert oder das heißt das wird der von dem wir flüchten wenn das jetzt nichts wird ich kann nämlich nichts machen außer donnerblitz und hoffen dass es paralysiert aber dann ist es weg warum ist der so stark das ist ein totes feuer das ist feuerwerk ich habe nie dran gedacht das ist für mich ein clown totes feuerwerk interesting ja es ist schon auch cool ich glaube es ist der den ich am dümmsten finde von allen eins sollen wir zählen ich zähle ich kann ihn nur schmeißen gerade im moment dann beim zweiten müssen wir speichern und uns mehr mühe geben aber parasäk kriegt halt keine attacke wahrscheinlich rein er kann spukball ich glaube eher bin ich tot wenn ich nicht angreife was war denn die catchrate von muramura war die nicht ein bisschen besser als von allen anderen weil das so in der story vorkommt oder war das genauso krass blass blaze fällen 1,6 prozent 3 ok 3 4 was ist das für ich bin 20 Level stärker wie krass Attacken hast du plus 4 ja, trotzdem ok ich kann halt noch nicht mal mein Team ändern weil das sind die einzigen Pokémon die ich besitze ich könnte mal gucken ob ich irgendwie sowas aber ich hab nie Items eingesammelt Flinkklaue doch hier ich könnte probieren dass Parasect zuerst drankommt und Pilzspore macht ich könnte nichts sonst machen und ich musste auch rausfinden dass eine Z-Attacke auch ungehorsam sein kann ich dachte Z-Attacke ist so garantiert dass man trifft nö es ist garantiert dass man trifft aber es ist nicht garantiert dass das Pokémon überhaupt Bock hat die Attacke zu machen aber ich mach glaube ich noch hat nicht Knuddelhoff mit Knuddelhoff habe ich eine Attacke gemacht ne die war gut dann mach ich mir Knuddelhoff eine Attacke hoffe auf Flinkklaue mach Pilzspore und dann werfe ich äh warte dann oh ich muss da hingehen ne warte ich muss da hingehen stimmt wenn er keinen Bestienboost hat vielleicht überlebt er eine Attacke aber warum sollte Parasect eine Feuerattacke überleben von einem Feuer Pokémon ich glaube nicht reiß los nein warum verschwindest du nicht so jetzt speichern ich glaube nicht dass Parasect überlebt eine normale Attacke fast shiny das ist shiny hier blau ne shiny sieht crazy aus was hatte ich denn für eine Attacke eigentlich gemacht das ist ja Genese ach es hat sich selber wehgetan das hat noch nicht mal ich hab dem nicht mal wehgetan es hat sich selber wehgetan ok Knallkopf so wie Bellydrum nur dass es weh tut komm Parasect sei schneller schade ne ich glaube Flinkklau ist 20% oder ich muss immer noch so viel Glück haben wenigstens überlebst du eine Runde das wird hart ich hätte nicht gedacht dass der Typ mir jetzt Probleme macht aber der ist ja echt stark Muramura hat mir glaube ich nix gemacht die ganze Zeit das war sowas von schwach aber der Typ hier der hat gegen jeden meiner Pokémon hatte eine gute Attacke aber 2% das bleibt gleich drin ich kriege gerade gleich ein Crit-Catch man ich hatte schon ewig kein Crit-Catch mehr ja Komplosio wirkt sehr offensiv Angriff ist die beste Verteidigung so ein Clown von meinen Pokémon sind überlevelt also der der ist einfach ein krasses Tier ich habe halt immer eine Schwäche 9% wobei ich habe noch nicht mal eine Schwäche spuckt weil es einfach viel zu krass 10% ich glaube Muramura waren so 36 die ich gebraucht habe dann mache ich jetzt mal Parasek als erstes nein ich habe gar keine Items wir haben alle Items gerade angeschaut ist doch alles gut ist doch kein Problem gab es gar keine Wette nö schauen wir mal ob Parasek den Knallkopf überlebt wahrscheinlich nicht wobei genau hol dir einfach schnell Pyroleo das Feuerfänger hat und gib dir ein Fokusgurt und 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 äh Normal-Pokémon stimmt Pyroleo halt und dann hast du das ganz schnell ja oder ich bleibe einfach hier stehen und werfe jetzt noch 20 Bälle überleben nö nö was ist Knallkopf für nö ist Knallkopf Feuer dann ist klar ich dachte Knallkopf ist vielleicht normal dann ist klar dass Parasek nicht überlebt vielleicht überlebt Amphira dann 150 Stärke ach so ein Amphira überlebt das oder Mimikma übernimmt ja Mimikma überlebt zwölf ist jetzt und sagt es ist so es ist wie Ist schon klar, dass da kein Knallkopf mehr einsetzt, aber ich kann Amphira in der ersten Runde einsetzen, dann habe ich eine, dann kann ich einen Ball mehr schmeißen. Aber Mimigma hält sowieso eine Runde aus, das wäre kein Gewinn, ein Mimigma einzusetzen. Also wir würden nicht eine Runde mehr bekommen, weil es sowieso eine Runde aushält. Außer es würde zwei Runden dadurch aushalten. Also wir wollen, dass das Runden das Runden per den Runden nur noch nicht verletzt ist, sondern wir können dort auch ein Runden auf den Runden erkennen. Aber da ist das Runden für den Runden, also die Runden, aber das ist das Runden der Runden. Also wir wollen, dass das Runden ist, wenn wir das Runden sehen können. Aber das ist es, dass wir eine Runden haben. Dann kommt es hier, wenn man einen Runden hat, ist es ein Runden. Dann kommt es hier drauf. Nochmal. Jetzt geht es wieder los, 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 los. Es gibt doch gar keinen Pyroleo hier zu fangen. In diesem Spiel, oder? Doch. Also klar kann man es kriegen, aber fangen? Ein Little Leo. Sogar hier wo ich bin. Das wäre aber trotzdem zu schwach wahrscheinlich. Er hat bestimmt auch noch was anderes als Feuer und Geist. So, weil du belebst jetzt einfach ne Attacke. Er macht noch nicht mal Knallkopf. Ich hätte ne Attacke machen können. Warte, das ist interessant. Überlebst du einen Drachenpuls? Ich meine, ich bin schneller, oder? Das heißt, wenn ich nächste Runde Drachenpuls mache... Meine Theorie wäre, dass wenn ich ne schwache Attacke mache und er dann Knallkopf, dann ist er vielleicht sogar im roten Bereich. Schau, Amphira hält ne Attacke aus am Anfang. Er macht komischerweise keinen Knallkopf. Warum macht er gegen Knuddelhof Knallkopf, aber nicht gegen Amphira, was so viel mehr ausrichten kann? Komisches Tier. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho value. Leo, geh doch Feuerfänger holen! Leo, was ist mit Trugschlag? Nächstes, einfaches, 19 19 kleine Koplosios Lolaubfuchs Kliggity Klack, hier ist Koplosio Das heißt, ich muss jetzt noch eins verscheuchen, oder? Oder muss ich das gar nicht machen? Ich meine, ich mache Team Rocket ja eh nicht Oder muss ich das machen, um Solgaleo zu bekommen? Ich glaube nicht Ich mache nichts, sonst triggere die Story Schon, gell? Ich gehe einfach Tali soll da rumspringen, wie er will Ich gehe Ich glaube Ich versuche mich jetzt auswendig Darin zu erinnern, was ich machen muss Ich glaube Sagt es mir nicht Shiny Check Wie Shiny Check Soll ich jetzt 4000 Shiny Checks machen? Ich glaube, ich muss zum Professor Und da ist Da ist sowieso Lily jetzt, glaube ich Okay, kein Lily Kein Lily hier Ich weiß, wo sie ist Ich weiß, wo sie ist Ich bin auf jeden Fall Richtig Nur im falschen Haus Tali wird die durchtrainiertesten Waden haben Ja Der springt da jetzt auf Ewigkeit Ich werde nie wieder zurückgehen Hallo Linus Wir gehen auf den Berg Und da oben wartet Solga Leo auf uns Und dann Muss ich diese Zeitsache machen Mit dem Dass ich da bin Und dann da hinreise Und so Weiß ich aber gerade jetzt nicht Welche Welche Ob es hell oder dunkel sein muss Wahrscheinlich, weil wir Sonne spielen Muss es Hell sein? Nee Beim Mond war es hell Ach, muss es dunkel sein Dass ich Kosmog bekomme? Na, wir brauchen ja noch ein bisschen Ich muss auch noch Saigard fangen Vielleicht wird es ja dunkel Aber ich probiere es auch Hell aus Wow Leo Vielen Dank Gerne Ach, ich soll Gegen ihn kämpfen Nochmal Okay Stahl Drache, ne? Nee, Stahl Psycho Gut, dass ich mir Mikma An erster Stelle nehme Ich dachte gerade Das ist ein Drache Du machst noch nicht mal Eine Stahl Attacke Ja gut Knirscher ist auch gut Bussi Bye bye Das war easy Lali 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 What? Ach, ich soll es fangen? Sag mir gerade, soll ich das fangen? Nee, das ist doch inzwischen so Dass das per Story Eim gegeben wird Oh, ich kann mich gar nicht erinnern Dass ich da Bälle geschmissen hab Bei Lunala Geil, dass das Geil, dass das einfach unendlich Dann auf mich wartet Nix kann man hier failen Aber ich glaube Da ist die Chance Wirklich sehr hoch Dass es drin bleibt, oder? Sind alle so klein Und dann Ich dachte irgendwie, dass sie mir das schenkt. Aber ja, ich kann mich nicht daran erinnern, wie viele Bälle habe ich denn geworfen bei Lunala? Okay, vier. Dann haben wir dich. Was war da gerade die Catchrate? Die waren nämlich glaube ich 50% oder sowas. 12%, 26%, mit Schlaf wären es 50%. Schön. Der Schwanz ist komisch. Mir ist der Schwanz nicht aufgefallen. Der ist abgeschnitten. Solgale-ni-Z. Solgale-ni-Z. Ich weiß gar nicht, habe ich im anderen Spiel das andere gekriegt? Ich glaube schon, das kriegt man, wenn man Cosmog dann sich holt. Okay, und Cosmog holt man sich, indem man hier hingeht. Ne, es gibt keine exklusiven Z-Kristalle. Ich habe alle in Ultramond geholt. Und dann kann ich hier hin. Ne, ich muss zuerst da hin. Um das zu registrieren oder so. Oh Gott, da sind bestimmt jetzt Trainer, die ich noch nicht besiegt habe. Jetzt erst ins Team nehmen. Nein, warum? Angel. Seit wann guckst du denn zu? Origindex heißt auch für mich, dass ich die Pokémon nicht anfasse. Mein ganzes Team fange ich ja nach. Damit ich nicht die Pokémon, mit denen ich gekämpft habe, in Pokémon Home tun muss. Niemals würde ich jetzt Solgaleo anfassen, dass es auch nur irgendwie etwas an sich ändert. Sonst geht das Portal nicht. Okay. Das ist ein Grund. Aber Angel will wieder spoilern, stimmt. Schau, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Die Leute wollen nicht. Angel, habe ich nicht gerade eben davor gesagt? Es ist nicht so leicht, ne? Es ist nicht so leicht, dieser Bitte zu folgen. Haltet euch zurück und sagt mir nicht, was ich tun soll. Ich will selber herausfinden, wie ich jetzt Cosmog bekomme. Aber jetzt hast du es gesagt. Jetzt werde ich es nicht ignorieren. Hier. Steht hier nicht jemand? Nee. Hey, du hast es doch schon mal geholt. Ja, aber ich weiß nicht mehr wie. Und ich habe gerade eben, bevor ich angefangen habe, es zu holen, gesagt, bitte sagt mir nicht, wie ich es hole. Ich will versuchen, mich daran zu erinnern. Das waren meine Worte. Bitte. Hier ist aber jetzt gar nichts. Hier stehen noch nicht mal die... Okay. Ich habe das auch nicht mitbekommen. Ja, dann. Es geht trotzdem nicht. Dann muss es nachts sein. Das Einzige, was... Nicht... Das... Weil... Ich glaube, mit Lunalam war Tag. Weil dann jemand gesagt hat, du solltest warten, bis es Abend wird. Und dann hat es funktioniert. Okay. 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 Dann... Weg mit dem. Es ist auf PokéWiki, habe ich ja letztes Mal vorgelesen, nicht deutlich geschrieben. Man kann es auf zwei verschiedene Arten verstehen, wie es da geschrieben ist. Aber wenn man ganz genau liest und die Orte und Locations beachtet, dann steht es tatsächlich richtig da. Hallo, Prani. Okay. Dann fehlen jetzt noch die beiden Bad Boys. Und dann Zygarde. Gott, ich weiß gar nicht mehr, wo Zygarde ist. Aber doch, ich bin, äh... Ich bin an Tali vorbei und habe eben nicht Muramura gemacht und habe dann da Zygarde gefunden. Dann Zelda. Ich habe keine Lust, Zelda zu spielen. Außerdem brauchen wir noch voll ewig. Ich habe... Glaubst du, ich bin gleich fertig. Ich hatte auch gestern keine Lust, Zelda zu spielen. Ich habe auch schon Speedruns gesehen. Ich habe das ganze Spiel schon gesehen. Wobei im Speedrun sieht man nicht das ganze Spiel. Aber die Speedruns sind sogar sehr interessant. So, jetzt wird mir wieder schlecht. Von diesen Ultrapforten. Ich habe die Steuerung umgestellt, ja. Ich habe es nicht mal zu Necrozma geschafft, ohne die Steuerung umzustellen. Ich musste. Es ist so viel schwieriger ohne Schiebepad. Schiebepad. Ja. Ey, das ist viel schlimmer. Ich meine, damals habe ich es auf Emulator gemacht. Jetzt mache ich es hier. Es ist ja noch schlimmer, wenn... Wenn es überall Pixel... Pixelbrei ist. Und das Schiebepad macht auch keinen Spaß zu benutzen dabei. Man rutscht die ganze Zeit weg. Ach, schlimm. Ich dachte ja echt, dass Leute diese Wurmlöcher so lieben, weil das Minispiel so cool ist. Aber wir lieben das alle nicht, oder? Es ist ziemlich blöd gemacht. So steuerungsthämisch. Das heißt jetzt aber, dass ich trotzdem die andere Kacke auch finden kann. Also sowas wird... Ich weiß nicht, welche exklusiv sind. Aber es ist jetzt nicht sicher, dass ich Maskito und Katakami finde. Wenn ich jetzt direkt Schlinking finde, werde ich so sauer. Ich muss erst mal ein weißes finden, ey. Schon wieder... Die Seltenheit. Oh, oh, hallo. Weiß. Krass. Krass. Was ist das? Wo ist weiß? Krass, oder? Mein Dreck. Krass. Also ich mag's. Wo magst du dieses Minispiel? Ich verstehe, dass man jetzt diesen Moment mag. Anlaschen würde dich das Minigame. Was für ein Wort ist? Anlaschen. Anlaschen. Ist das quasi Lush und es lascht dich an? Würde. Anlaschen. Hm. Echt? Anlaschen. Rani, wie weit bist du denn mit dem Zelda-Spiel? Wie viele Dungeons hast du schon... Wie viele... Löcher hast du schon geschlossen? Gestopft. Fühlt sich gut an, wenn man so... Ich glaube, mein Rekord waren 5300, oder? Habt ihr gesagt, wow. Genau. Ich nehm das. Ich weiß nicht, ist... Mosquito und Ding vielleicht eins von den leichteren? Das ist Anego. Kann ja auch Venico holen gehen. What? Also bist du auch am Anfang wie ich. Okay. Venicrow. Was ist denn mit Venicrow? Das mache ich echt! Aber das ist ein história. Ja. Ja, danke. Du brauchst doch zwei wegen Entwicklung. Ja, und wer sagt denn, dass ich Venikro nicht hab? Du siehst doch unter mir, da ist zwei Venikros. Ich hab Venikro. Ich hab doch das Spiel durchgespielt. Venikro kriegt man mitten im Spielverlauf. Das ist ein Dreckspiel. Die Musik ist gut. Ich rucke. Ich rutsche ab. Also mit dem Controller war das auch um einiges geiler. Ich rutsche nur ab von diesem Schiebe-Pad. Meckern, meckern, meckern. Ja. Ja. Das muss was Gutes sein. Ich sag's euch, das ist jetzt schlinking. Das ist neu. Das muss Kitakami sein. Ja, da ist es. Okay, sweet. Das kann jetzt aber wieder ein bisschen dauern. Wollen wir eine Vorhersage machen? Wollt ihr eure Punkte verschwenden? Wie viele Bälle werde ich auf das Papier schmeißen? Ach, die wollen kämpfen? Nein, wollen sie nicht. Doch. Scheiße. Das ist doof. Ultrawald Katagami-Ass. Hätte ich nicht gedacht. Was, die haben alle Katagamis? Bitte eine Vorhersage. Ist jemand hier? Hallo, guten Tag. Vorhersage bitte. Ja, da ist sie. Wählt. Wie viele Bälle werde ich auf Katagami schmeißen? Es hält zumindest zu viel aus. Das fühlt sich, das ist nicht gut. Kitagami oder Katagami, beides dasselbe? Eben. Verschwendet eure Punkte. Setzt alle eure Punkte ein. Ich kann euch sagen, bisher. Ich glaube, immer noch. Unangefochten. Hat immer die Auswahl Nummer 2 gewonnen. Also wettet auf was anderes, damit ihr mehr Gewinn macht. Zeit, das zu ändern. Eins. Okay. Wird das genauso stark sein? Okay, dann brauche ich nicht Druckschlag machen. Ich lüge nicht. Es hat immer 2 gewonnen bisher. Ich würde immer auf das wetten, wo am wenigsten Leute wetten. Wenn sich das auch lohnt. Alle meine Punkte sind nun im Spiel. Wie war die Naslok? Hatte am W.E. keine Zeit? Guck sie nach. Ich will dir nicht sagen, was passiert ist. Das wäre langweilig. Du musst es erleben. Was für eine Attacke werde ich tun? Tun werde ich... Ein Vierer. Keine Spirit-Pokémon mehr? Nö. Nie wieder. Tod. Abgeschafft. Ich muss noch warten, aber wir können den Kampf vorbereiten. Oh mein Gott. Es ist ein... Äh... Keldeo. Kopf ab. Mich geköpft. Okay. 60, 83. Warum ist Matschbombe wirkungslos? Ist das Stahlpapier? Okay, das macht Sinn. Das ist lustig. Okay, okay, okay. Mehr kann ich nicht machen. Gerade. Ich muss warten, bis Amphira tot ist. Aber das ist wieder unverschund so gemeint für die, die jetzt auf 1 gewählt haben, gell? Wir brauchen noch das Origin-Deck Shiny aus Gen 7. Ja. Ja. Aber ich bin noch nicht mal mit Gen 4 fertig, was? Ich werfe jetzt Bälle. Bis Amphira tot ist, dann mache ich Pilzspore. Und noch einen Trugschlag. Also ich habe hier noch keinen Random Shiny gefunden. Ja, was eigentlich echt krass ist, dafür, dass es hier so einfach sein soll. Also ich habe bei der Suche nach Brutalanda drei Kindwurmen gefunden. Ich nicht. Okay. Wenn Parasic überhaupt überlebt. Nope. Schade. Ähm. Pilzspore würde eh nicht gehen. Warum? Ach, weil es Pflanze Stahl ist. Ja. Okay. Ich glaube, ich kann keine Attacke machen, die es nicht umbringt. Okay. Nicht das. Dann nehme ich was anderes an den Anfang. Das heißt... Ach, es bringt gar nichts. Mein Parasic. Am Vierer Drachenpult... Vielleicht mache ich lieber zweimal Lichtkanone. Pflanze geht doch auf Stahlgift gar nicht. Ja, aber du kannst Pflanzen-Pokémon nicht einschläfern. Oh. Oh. Ah. Thanks. Ich meine, ich kann doch Donnerblitz machen, da ist es vielleicht paralysiert. Wow, ich bin aber nicht effektiv und so stark. Katagami hat den höchsten Angriffswert, wenn man Megas weglässt und selbst dann wäre nur Megascarabon und Megamutu höher. Echt? Es gibt kein anderes Pokémon, das einen höheren Angriffswert hat als Kitakami? Katagami? Deswegen ist das Ding so stark und macht mich fertig, als habe ich das Pokémon nicht gewechselt an erster Stelle. Okay, aber Donnerblitz hat nichts gebracht. Ich könnte noch Lichtkanone ausprobieren, aber ich könnte auch hier Matschbombe ausprobieren. Da war ein Who's That Pokémon, ja und da war auch ein, ich trinke etwas, aber ich bin gerade beschäftigt und lasse mich nicht ablenken. Leute, das hier ist wichtiger. Und damit sparen wir es wirkungslos. Vielleicht ist es ja ein schlechter Drachenpuls. Das war sogar ein besserer Drachenpuls. Jetzt noch so ein Trugschlag, Mann. Aber gut, dann machen wir weiter. Vier. Ich bin so ein Trugschlag, Mann. Wir brauchen noch einen Trugschlag. Hmmmm Soll ich nochmal Druckschlag probieren? Vielleicht macht es ja was anderes. Und ich habe immer noch die Flinkklaue ausgerüstet. Schade. Letzte Chance für euch Einser. Das war noch nie Eins. Alle Punkte weg. Und jetzt wird es gleich zwei sein. Schade. Schon ein bisschen stark das Tier. Ein bisschen zu stark. Nochmal. Wo ist das Pokémon? Who ist das Pokémon? Karmine. Karmine. Dieser Aal in blau-orange. Alabis? Quatermark? Ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Ich habe keine Ahnung. Also ich sehe deinen Alabis, aber Alabis hat eine ganz andere Form. Nigiragi? Was? Giga-Riff-Fax? Giga-Riff-Fax? Na auch zu laut habe ich auch gedacht, dann wäre das doch oben nicht schräg. Doch zu laut wäre doch ein gerader Strich nach oben. Wir schauen. Wir schauen. Was ist es? Ja, das ist eins, was man nicht rausfinden kann. Das ist nicht möglich. Wir machen noch eins. Was ist das? Carmine, das weißt du aber. Thanathora! Shiny Thanathora! Thanathora! Shiny Thanathora! Was hast du? Ich auch. Von Happens geschenkt. Du dachtest, Olanga? Also, bitte Carmine. Wir müssen besser in dem Spiel werden. Ich probiere nochmal diese Lichtkanone aus. Die kann doch nicht so stark sein bei dem. Kannst du aufhören, Scanner zu machen? Ah. Carmoclass war frech. Ja, aber es ist halt, es passiert halt, wenn einfach Pixel unscharf werden. Nochmal. Das ist auch unfair, aber ich seh's. Oder? Seht ihr's auch? Ich seh's. Ich würde sogar sagen, es ist einfach. Magneton, Porygon, Rotom? Nein, 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 nein. Richie Eliki? Nein, 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 nein. Alpollo, nein, 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 nein. Flabby B, nein, 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 nein. Seht ihr das nicht? Dave hat's Paragoni. Ja, safe ist es Paragoni. Das ist Akatafami. Seht ihr hier, ha? Langsam sieht's schlecht aus für die Zweier. Aber ich krieg's auch nicht in den roten Bereich. Ich weiß nicht, welche Attacken ich machen soll. Es ist zu stark. Wasserattacken? Okay, ich geh schnell ein Wasser-Pokémon fangen. Ich bring mir doch jetzt keine Wasser-TM bei. Für was denn? Für was soll ich mir denn jetzt eine Wasser-Attacke beibringen? Um zufällig zu hoffen, dass ich damit Katagami in den roten Bereich bringe? Ja, aber Lichtkalonne drin kann ich nochmal ausprobieren, wenn's volles Leben hat. Hat halt auch was mit Special und sowas zu tun. Loranion ist halt Special-Angreifer. 20er 0er Runde. 20er 0er Runde. 20er 0er Runde. 20er 0er Runde. Wir kommen jetzt in den Bereich Nummer 3. Wird es diesmal nicht 2 sein? mein mikrofon ist übrigens kaputt was ihr zum glück nicht hört aber das kindwurm video heute war so nervig aufzunehmen ich kann mir gar nicht erklären wie das zustande gekommen ist einfach fünf jahre lang ein mikro 22 gruppe 3 gewinnt gruppe 3 hat gewonnen da ist es jetzt suchen wir mosquito ich habe niemanden gebetet ich habe nur gesagt was bisher stattgefunden hat und das war dass es immer bei zwei war jetzt war es einmal bei drei ich gehe mich kurz heilen jeden fall mein mikro nehme ich aber manchen videos in die hand so und das ist vielleicht nicht das beste ein mikrofon in die hand zu nehmen und sowas aber ist egal nach fünf jahren hat dieses mikro ein wackeler und es ist nicht das kabel ich habe die kabel schon ausgetestet ausgewechselt es ist super seltsam es hat etwas mit schwerkraft zu tun wenn ich das mikro einen bestimmten winkel halte der so ziemlich perfekt gerade ist so hoch dann macht es wenn ich den winkel auch nur um ein ein grad neige hört es sofort auf und jetzt hier wenn es so seitlich ist macht überhaupt keine probleme buchse defekt nee also vielleicht aber es scheint mir eher wie irgendein kabel zu sein was innen drin halt die verbindung verliert sobald die schwerkraft ist in der richtung drückt es ist wirklich ein bestimmter winkel es ist wirklich ein 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 grad winkel und sobald ich es wirklich nur so nicht mal ein grad sobald ich die hand so ein bisschen anders drehe was nicht mehr aber dadurch dass ich halt frei reden will mit dem ding in der hand macht zwischendrin dann immer ganz kurz weil ich wenn ich diesen der ein winkel erwische habe schon neues bestellt keine angst ich habe schon neues bestellt immer im stream merkt man es nicht aber ich will halt es war so anstrengend das video aufzunehmen weil ich immer wieder setze neu sagen musste weil ein kurzes krieg zu hören war dann habe ich super unangenehm das mikrofon in einer bestimmten winkel gehalten und die ganze zeit mich nicht bewegt und zwar auch einfach nicht nicht angenehm ich habe mir ein standard mikrofon bestellt was alle haben sollte egal sein ne mosquito das war gerade eins mit zwei ringen wenn wir sagen blume ist also drei ringe ist schlinking zwei ringe ist katakami dann ist vielleicht ein ring mosquito weil null ringe ist an ego habt ihr vor silent hill 2 zu spielen wir sind auch alle voll alte säcke für euch muss auch silent hill 2 damals auch so ein das spiel gewesen sein für mich war es das spiel es war großartig oh mein gott aber die ersten zwei filme gesehen ich meine es gibt auch nur zwei filme oder es sollen dritten bald geben glaube ich der erste film war großartig der zweite film war ein bisschen blöd mit john snow und so nie die spiele gespielt die sind so ich fand die immer also ich finde es gibt nur ein gutes silent und das war silent hill 2 eben aber eins habe ich nie gespielt viele sagen 1 ist auch gut aber alle nach zwei waren einfach lange nicht mehr so gut drei war noch okay dann sowas wie downpour und irgendwas mit bug waren alle so schrecklich aber zwei war halt wirklich so creepy so seltsam so unangenehm und sie haben es anscheinend echt gut hingekriegt das remake dass das auch so ist ich bin gespannt ich kann es heute ab mitternacht spielen es vorbestellt auf der ps5 aber was ich war nicht mal das ist doch kacke dieses mini spielmann ich war so weit weg von dem ich habe so weit weggesteuert so was ist das das ist das ist das ist das ist ein vogel was meinst du marco denn gameplay war horror bei welchem spiel ich dachte du warst nie so der horrorspieler du warst nie so der horrorspieler oh ich schon wie auch bei film mag ich lieber horror der creepy ist als dass man irgendwelche jumpscares bekommt und jumpscares sind easy zu machen das ist keine kunst finde ich aber ein spiel creepy zu machen wie dead space oder silent tale und manche resident evils ist nicht leicht wie soll ich denn sachen ausweichen wenn ich von diesem kack schiebepad runterrutsche weil das einfach ein eine ebene glatte fläche ist ich bin auf dem emulator mit dem richtigen controller nie in falsche löcher außer mir ging das speed aus kacka 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 wenn du in der ecke geht und wenn du halt dann nicht weißt wo du hin musst weil du nicht siehst wo das nächste loch ist oder wenn du zu langsam wirst ok skill issue aber das ist einfach nur ich gehe in eine richtung und dann irgendwann rutsche ich halt von diesem schiebepad ab und dann sobald er abrutscht gehst du sofort in die mitte zurück anstatt dass du einfach da bleibst wo du bist aber alles ist so egal was du machst du gehst immer in die mitte zurück das ist glaube ich das was so nervig ist dass du immer in die mitte gezogen wirst aber heute ist auch post gekommen ich habe endlich das amerikanische mikrofon für hey you pikachu das heißt wir können morgen die vier schlechtesten pokémon spiele spielen und uns davon überzeugen ob sie wirklich so schlecht sind und dann ist auch mein japanisches tcg spiel angekommen was bedeutet wir können bald ein neues projekt starten lerox hast du die letzte beste gefangen oder suchst du sie auch immer noch sag nicht ich überhole dich jetzt du hast vor einer stunde gesagt du brauchst da noch eine bestie bin grad am kochen dann überhole ich dich ja wirklich nächstes jahr muss ich geld ausgeben für gen 3 weil du origin dex machen willst ich bin nicht schuld für irgendeinen finanziellen ruin ihr könnt auch alles emulieren wenn ihr pokémon verdient eh nichts mehr dran an dem geld sondern nur irgendwelche ebayler mit dem guck mit dem guck genau drei grüne hintereinander aber kein weißes und tschüss es ist nicht dasselbe ja 5100 krass krass schwa wab altaria bisher das einzige was ich hier noch brauche was ich mal gesehen habe war ordoch ordoch in shiny wäre sehr schön echte hinterwand weißes sogar ein ring sagt mir das nicht ahhh wie kacka hätte ich es noch irgendwie schaffen können ne ne ich meine da war das eine boosting aber damit wäre ich nicht mehr weggekommen eine jreiber sch 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 Und heute Nacht mache ich mal Geana, wenn die zwölf geschlagen hat, dann habe ich echt alles. Dann heißt es wieder das Video machen. Aber wie jedes Mal sage ich auch diesmal, diesmal mache ich es mir nicht so schwer und es wird ein relativ kurzes Video. Und dann wird es irgendwie zwei Stunden lang. Aber ich habe schon ein Kind-Warum ausgelagert. Es kann diesmal nicht länger als eine halbe Stunde werden, das Gen-7-Video, es kann nicht sein. Über was soll ich denn reden? Es kann nicht, es kann nicht wieder eine Stunde lang werden, es darf nicht, ich will nicht. Eine halbe Stunde. 35 Minuten max. Eine Stunde überbauts. Ich weiß noch nicht mal, was ich groß zu meinem Team sagen soll. Ich war total enttäuscht von meinem Team. Also ich mag die Pokémon alle, aber sie waren so langsam. Und Ding hat noch nicht mal gut gekämpft, es hat immer nur verloren. das Lustigste war eigentlich Fluffeluff. Da ist ein weißes, aber das hat zwei. Ach, naja. Wie ich nicht geguckt habe. Wie ich nicht geguckt habe. Ich habe auf das hintere geguckt, warum auch immer. Aber ich schätze mal, das wäre es eh nicht gewesen. Ach komm. Ach komm. Ich bin aber weit gekommen, glaube ich. Oh, ich komme vorbei. Komm, jetzt kommt dann ein Stern, ein Ring weiß. Es ist eins. Oder? What the fuck? Ah, nein. Krass. Aber es war keins. Aber die sind eh nicht geschehen, die boostet wieder zurück. Das heißt, das zwei Sterne, an dem ich vorbei bin, das kann vielleicht das auch sein. Vielleicht ist das zwei Sterne. Moskito. Ei, 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 ei. Ich will nicht über Bautz reden, ich weiß, du magst Bautz, aber... Ich werde, glaube ich, kein Wort über Bautz verlieren. Sonst werden es nur negative Worte und das wollen wir doch auch nicht. Oh. 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 Das klingt gut, das sieht gut aus, das sieht sexy aus, das sieht muskulös aus, das Testosteron und die Steroide, sie springen mir nur so entgegen. Aber ich habe hier eher ein Fitnessstudio erwartet. Fitnessstudio wäre doch lustiger gewesen, oder? So ein richtiges versifftes Fitnessstudio. Hat das Spiel durchgespielt? Du meinst, Paul, du hast das Spiel durchgespielt, herzlichen Glückwunsch. Von meinem Bruder habe ich bekommen. Okay. Wow. Und, wie scheiße fandest du das Spiel? Was passiert das? Was passiert das? Kito. Moment, ich fahre... Hallo? Ich fahre noch nicht so weit? Wenn ich das jetzt... Wenn ich jetzt sterbe, muss ich das Loch nochmal finden. So ein Scheiß. Warum haben alle... Alle haben ein A-Press, bevor es kommt. Und Mosquito erscheint einfach und greift dich an. Äh, nein. Okay, Beleberzeug und sowas. Hallo, Fast Guy. Stimmt, Vulkan. Ich finde, es sollte ein Studio sein. Es hätte irgendein... Fitnessstudio sein sollen. Ähm. Okay, warte. Ihr dürft wieder abstimmen. Wenn ich es überhaupt schaffe. Ihr dürft aber abstimmen. Wie viele Bälle brauche ich? Schon längst fertig? Du musst es sagen. Du hast es wahrscheinlich gesagt. Aber ich muss es sagen. Guck mal, niemand hat abgestimmt. Niemand hat eine Zahl vom Namen. Schon längst fertig? Mach. Niemand hat eine Zahl vom Namen. Hat irgendjemand abgestimmt? Wir müssen darüber... Wir müssen das groß ankündigen, damit Leute das machen. Sag mal, hat jeder das mitbekommen? Soll ich weitermachen? Hab's nicht mitbekommen. Aber du hättest auch nicht gemacht, oder? Ähm. Ich probiere jetzt. Das ist von 65 km im Pool. Okay. Okay. Dann haben wir es schon gemacht. Ich hätte gewettet. Sinister. Immer warten, bis ich es groß ankündige, damit die Leute es checken. Weil niemand guckt auf diesen kack... Kack-Twitch-Chat da oben hin, ob was da steht. Ähm. Kann ich irgendwas... Ich hab Angst, wenn ich jetzt... Egal, dann kann ich es wieder beleben. Wir müssen jetzt richtig kämpfen hier. Ich darf nicht verlieren. Ich zock ja noch nebenbei selber. Eben, eben, eben. Hammerarm. Das ist okay. Okay. Kann ich dich... Du bist keine Pflanze, dich. Ich kann dich einschläfern. Ja. Und ich kann dich betrügen. Okay. Okay, das ist ein bisschen traurig. Ich kann dich aussaugen. Das ist noch trauriger. Okay, nicht noch trauriger, aber... Aufgewacht, natürlich. Stopp! Bin ich schneller? Ich bin schneller als ein Moskito mit vier Beinen. Okay, okay, okay. Ich glaub, wir bleiben hierbei. Ist es aufgewacht? Warum machst du auf? Ich wollte dich doch sch... Okay. Überlebt am Fähre? Sollte. Es ist vergiftet! Dieses scheiß Parasek! Dieses scheiß Parasek! Oh, Parasek, du Kackfiech, Mann! Okay. Der wichtigste Ball meines Lebens. Eins! Komm schon, du bist vergiftet. Ist doch egal, hast du ja gespeichert. Nein! Sag mal, sag mal, ihr seid heute wieder super anstrengend. Zwei. Ich hab wirklich nicht gespeichert, ne? Ich bin nicht irgendwie in das Portal rein, hab gespeichert, nein. Ich bin rein, hab gesagt, dass das Spielkacke ist, hab gesagt, dass es ein Fitnessstudio sein sollte. Dann bin ich da hochgegangen und dann ist auf einmal die Cutscene losgegangen. Bleib hier! Bleib hier! Aber ist das gut machbar? Spornwirt war halt sehr dumm. Okay, also wir lösen die Vorhersage auf. Machen sie gleich nochmal, wenn ich ein Maskite gefunden habe und ihr alle kriegt es mit und dürft mitmachen. Genau, löst sie auf. Das dauert jetzt wieder. Hallo Andy. Lacht, es ist gut geht. First try. Ich werde besser. Ich meine, ich würde es glaube ich first try finden, wenn ich ein Loch finde. Aber das kann ich ja nicht kontrollieren. So, ein Quatsch. Die ganze Zeit habe ich aufgepasst bei den ganzen Viechern. Ein Meter davor zu speichern, zwei Meter davor zu speichern und hier dachte ich mir, ach komm. Die ganze Zeit habe ich eine Chance gekriegt vor dem Sprite zu speichern. Was ich ein bisschen schade fand in der Story, als Samantha so uns die Akademie, die diese Plasma Akademie zeigt. Wer ist sie? Die Aether Foundation zeigt. Und dann Anego kommt. In Ultramond kommt auch, äh in Ultrasonne kommt auch Anego. Ich dachte, das ist wenigstens eine andere Bestie. Aber in, das heißt, in Sonne und Mond kommt da auch Anego und, und setzt sich auf ihren Kopf. Das hätten sie doch auch tauschen können. Dass es dann irgendwie Volt, Voltriant ist. Da ist es! Das ist es, das ist es. First try. Ich muss es nur finden, dann habe ich es. Ich muss, das Spiel muss mir nur die Pforte geben, dann habe ich es. Ja. Andy, Dankeschön für sechs Monate. Dankeschön. Ja, ich weiß, in Sonne und Mond geht es um ihre Fusion. Schau mal, jetzt steht es da? Da geht es um ihre Fusion. Ja klar, trotzdem könnte es ja in jeweiligen Editionen eine andere Fusion haben. Ja, diesmal müssen wir nicht speichern, weil diesmal kommt keine Katzin. Guck mal, der guckt mir sogar hinterher. Seinem dicken Ding. Kann alle unendlich oft fangen? Ja. Das geht ja nur, weil ein Ego keinen soliden Körper hat. Okay. Aber in Ultra, sondern Ultramod war das nicht passiert, hätten sie eine andere Bestie nehmen können. So wie am Ende auch. Nochmal. Nein, warte, warte. Welches Pokémon nehmen wir? Fangen wir direkt an mit Parasek? Ne, was hatten wir für eine Attacke gemacht? Ich hatte Gigasauger gemacht. Ich finde auch bestimmt eine Attacke, die es direkt irgendwie in den roten Bereich bringt. Wie zum Beispiel... Komm, kann der mal im Pampros irgendwas anhaben? Ne, ne? Da ist jemand, ob der Schillapin auf Fossil-Pokémon die Chance verbessert. In welchem Spiel denn? Kommt aufs Spiel drauf an. Hat mein Pampros Zähigkeit? Das weiß ich doch nicht. Steinhagel tut zu sehr weh. Rambos sollte nicht so viel Schaden machen. Erdbeben zu Ding. Kraftkoloss ist glaube ich auch schlecht. Ich mach mal Rambos. Das sollte nicht so viel Schaden machen, oder? Okay, das macht zu wenig Schaden. Dann machen wir Kraftkoloss. Oh, zu wenig. Okay. Dann machen wir... Soll ich mal Erdbeben ausprobieren? Oder Stab? Ne. Der Erdbeben ist okay. Ah, es war ein Volltreffer. Ah, okay. Das heißt, ich kann... Ich sollte genug Erdbeben machen können. Jacques, du fragst mich jetzt schon zweimal, wie es mir geht. Ich antworte nie auf die Frage, weil ich die Frage hasse. Es tut mir leid. Was soll ich dir auf diese Frage antworten? Gut. Schlecht. Toll. Cool. Böse. Nett. Frech. Dann mach ich jetzt das. Small Talk? Eben. Was ist denn mit Small Talk? Warum musst du Small Talk machen? Das sind nicht tausend andere Sachen, über die wir reden können. Aber ich bin schneller, was echt geil ist. Und dann mach ich noch einen Trubschlag. Jetzt geht's ab. Haben wir die VR-Sage gemacht? Ah ne, wir haben gewartet, bis ich es sage. Verdammt, ich hab's vergessen. Leute! Habt ihr Bock, eure Punkte zu verschwenden? Dann macht das jetzt. Es sind schon zwei von Nummer eins weg. Nur dass ihr's wisst, das ist ein kleiner Vorteil. Es ist in den ersten zwei nicht drin geblieben. Was für ein Vorteil das ist, weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Also die Chance, dass es bei Nummer eins drin bleibt, ist jetzt geringer, weil schon zwei weg sind. Oder sie ist höher, weil schon zwei weg sind. Weiß ich gar nicht. Wie würde man das sehen? Bleibt jetzt drin. Ich mein, beste Chancen hier und das waren glaube ich sogar sechs Prozent. Fünf Minuten hast du gemacht? Happens. Heute, heute, heute ist nicht unser Tag. Fünf Minuten? Wenn ich das ankündige, dann achten die Leute drauf und dann brauchen wir eine Minute bloß. Was machen wir denn jetzt fünf Minuten? Soll ich jetzt fünf Minuten lang sagen, Leute, Verox, komm aus der Küche und verschwend deine Punkte. Leute, gebt eure Punkte aus. Alle waren immer fünf Minuten? Ne. Deine, meine waren nur zwei Minuten oder eine Minute bloß. Setzt eure Punkte ein. Hey, Smalltalk, wie ist das Wetter bei euch? Wer eine Antwort darauf? Sonst ist das Wetter ja sehr, sehr beschissen. Wie ist das Wetter bei euch? Wie geht es euch? Was habt ihr am Wochenende gemacht? Außer meine Soulink verpasst. Weswegen wir gefällt haben. Wenn ihr die Soulink noch nicht gesehen habt, dann schaut sie auf YouTube an. Sie war zwischendrin langweilig und dann habe ich ein bisschen risikoreich gespielt und dann wurde es spannend. Dann hat die andere Partei nicht risikoreich gespielt, sondern einfach gesagt, ich mache jetzt Kamikaze. Und dann haben wir komischerweise verloren. Wann wird eigentlich gesagt, dass Duplo die längste Präline der Welt ist? Weil es die längste Präline der Welt ist. Wann mal wieder Butter Chicken. Am Freitag hatte ich Chicken Korma gemacht und das war auch ganz gut. Aber Butter Chicken immer noch großartig. Es ist jetzt die Hälfte der Zeit vorbei. Du gehst auf 3, während es vor mir steht mit 10% Fangchance. Du kannst die Zeit eigenhändig stoppen. Na los, weg mit der Zeit. Alle haben eingesetzt ihre Punkte. Seid ihr in Run 3 komplett gewiped? Weiß ich nicht. Also ich weiß es, aber ich sag's ja nicht, schau dir das Video an. Anscheinend interessiert's dich. Da steht nicht, bei mir ist es nicht abgebrochen, der Ding läuft immer noch runter. das steht beendet. Nö. Ich warte jetzt. Das steht nicht beendet. wie hat ich das denn verpasst? Ich dachte, ich hatte den Stream bis vor kurz Schluss gesehen. Anscheinend hast du nicht den Schluss gesehen. ich habe heute ein Räuchersmogon gesehen. Also man macht ein Räucherstäbchen Pyramiden Ding rein und dann kommt da auch raus. Ja. Das kenne ich. Es gibt einen Kanal, der macht nur solche Sachen und die sind super cool. Der hat auch einen Foye Coco Reiskocher gemacht und sowas. Hallo Nummer 4 Ich habe Danda dann geguckt mit Rosa gestern. Und ich habe zu Rosa gesagt, komm das ist super lustig und ich habe total vergessen, dass in der ersten Folge direkt irgendwie halt sie einfach nackt gefesselt wird und von Aliens. das ist so witzig. Ich hatte das so vergessen und so verdrängt. Ich habe nichts gesagt, es war kein Spoiler. Das passiert auch gar nicht. Aber schaut Danda dann, ist auf Netflix und Crunchyroll. Ist einer meiner Lieblings Mangas und es ist bisher, also die erste Folge ist 1 zu 1 wie Manga. Das ist großartig und es ist so cool animiert. Es ist so cool animiert. Wieso sieht Gen 7 so unscharf aus im Stream? Weil das Spiel 480p hat. Was erwartest du von einem DS-Spiel von 2010? 2014. Weil ich kein Domtendo bin. Boom! Mic Drop für Dave. Yes! Ich spiele nicht auf Emulator. Ne, ich spiele auf DS. Aber ich habe tatsächlich den kompletten Run auf Emulator gespielt, weil es besser aussieht. Aber fürs Ende habe ich jetzt wieder auf den DS gewechselt, weil jetzt so Uhrzeitrolle spielt und so Sachen, die für einen DS wichtig sind. Das ist ein Ball mehr geworfen. Dann ist das jetzt Ball 10. Tja. Du bist Buchhändler und hast Danda dann eigenhändig reinbestellt. Geil. Es ist so witzig und die Story ist tatsächlich relativ einzigartig. Klar ist es so typisch schonend, von wegen man kämpft und man hat Charaktere, die sich entwickeln über die Zeit hinweg. Aber allein die Dynamik zwischen den beiden und diese abstruse Story. Ich finde, es hat eher was mit Chainsaw Man zu tun, weil es so übertrieben dumm ist. Chainsaw Man ist ja auch so übertrieben dumm einfach. Seine Motivation ist so dumm. Und so deren Motivation ist halt auch einfach dumm, seinen Penis wiederzufinden. Das ist so dumm. Beziehungsweise seine Eier. Es ist so dumm. Aber es ist so gut gezeichnet und so lustig zwischendrin. ab 30 ist die Wette ungültig. Die Wette ist ungültig, sobald das kommt, was nicht da steht. Also 10, 20 und über 30 oder 30 und dann hoch. Die Animationen sind super, ja. Ich meine, ich mag diese dreckige Art von Animations-Style und die ist halt so dreckig. Vielleicht werden da jetzt irgendwelche Demon Slayer Ultra Fans sich beschweren, dass Dandadan nicht so schön ist. Der Mangaka von Dandadan war auch der Assistent von Chainsaw. Es stimmt. Das war in meinem Hinterkopf auch noch drin. Gibt's zwei verschiedene deutsche Synchros. Crunchy hat eine eigene Synchro als Netflix. Witzig. Vollkommen irrelevant. Schaut es auf Original. Bitte, bitte, bitte. Was sagt denn die Oma im Deutschen? Sagt die dann wenigstens auch lustige Sachen? Oder ist es dann so gib mir deinen Penis? Was sagt die denn dann? Auf Netflix sagt sie Lustkolben. Okay. Wenigstens das. Hupen und Lustkolben. Okay. Wobei das hier Cyberpunk das war ja ziemlich krass die deutsche Synchro. Hallo Hamke. Schauts auf Japanisch. Das ist so cool. Ich gucke auch als erstes japanisch habe aber Freunde, die schauen leider nur deutsch. Also Ex-Freunde meinst du? Zwanziger Nullerrunde. Mosquito schlägt sich frei. Wir haben keine Chance. Aber ja, diese Domtenno Sache ist ja dann doch interessant. Aber auch nicht so interessant, da das schon vor Wochen anderen passiert ist. Also in letzter Zeit und ich schätze es liegt an der Switch 2 in letzter Zeit haben YouTuber die eindeutig auf YouTube Nintendo Spiele emuliert haben Strikes gekriegt auf ihre Kanäle zum Beispiel gibt es halt so Kanäle die halt einfach Gameplay zeigen auf Emulatoren Reviews also diese ganzen sei es Steam Deck oder all diese Handheld Emulator Devices die man ja kaufen kann für viel Geld heutzutage sobald die da Nintendo Gameplay gezeigt haben wurde das wurde das einfach gestrikt das Video runtergenommen und dann haben sie das Gameplay zensiert von Nintendo und dann wurden sie nicht mehr also dann war es wieder okay Erdbeben ne so schwaches Erdbeben Also es war schon vor es ist seit Wochen schon ne Diskussion dass Nintendo da so krass ist und wieder kacke ist und einfach die Videos strikt aber ich schätze es liegt daran dass die Switch 2 vor der Tür steht und sie einfach diesen Leuten jetzt Angst machen auch das gleiche mit dem Emulator der jetzt auch gebannt wurde der zweite jetzt dass sie den Leuten Angst machen dass sie ja nicht probieren für die Switch 2 sowas direkt zu machen weil war am Anfang von einer Konsole das natürlich das Geschäft von Nintendo sehr kaputt machen würde wenn Leute einfach die Switch 2 emulieren würden von Anfang an warum habe ich im 4er gerufen keiner weiß es und ein guter Punkt ist natürlich auch dass wenn Domtendo auf seinem fetten Kanal einfach Gameplay zeigt das stabile 30 Frames hat oder sogar 60 Frames weiß ich nicht dann ist das schlechte Werbung für das Produkt weil das tatsächliche Produkt hat nicht stabile 30 Frames und hat nicht eine 4K oder was auch immer für eine Auflösung somit ähm es ist falsche Werbung für das Spiel beziehungsweise zeigt es natürlich auch Leuten dass man es emulieren kann wodurch Nintendo auch Geld verdient wenn die das Spiel nicht verkaufen also ich finde es auch kacke wenn Nintendo Sachen verbietet wo es um Retro Sachen geht weil Nintendo uns keine Möglichkeit gibt Retro Sachen zu kaufen und wir sind gezwungen die Sachen zu emulieren oder teuer auf Ebay zu kaufen wovon Nintendo auch nichts hat wenn wir Sachen auf Ebay kaufen weil das Geld kriegt nicht Nintendo deswegen da bin ich auch immer chauffiert bin ich sauer wenn Nintendo irgendwas Retromäßiges halt unterbindet zu emulieren aber ich verstehe wenn sie Switch Emulationen verbieten wollen verstehe ich sehr wohl weil es ist die aktuelle Konsole bei der man alles kaufen kann ohne Probleme und wenn da Leute einfach damit Content und Videos machen ist das einfach kacke für Nintendo das kann ich wenigstens nachvollziehen deswegen habe ich da auch kein Mitleid wenn man dann ein Video verliert dadurch weil das Spiel halt einfach das richtige Spiel was dir wahrscheinlich geschenkt wurde vom Nintendo oder sowieso hast jetzt chill doch mal mit dieser Attacke meine Güte was ist bei Nintendo passiert sein Gameplay zu äh dem neuen Zelda Spiel wurde von Nintendo gebannt er darf nicht sagen warum was auch seltsam ist aber Leute vermuten weil es emuliert war weil es so gut aussah alter war das 26? ist emulieren nicht erlaubt? doch emulieren ist erlaubt solange du deine eigene Cartridge verwendest und rippst und benutzt natürlich ist es erlaubt trotzdem kann Nintendo es bannen weil du kein recht hast deren Content zu benutzen Nintendo braucht keinen Grund um deren Content zu bannen es ist deren Content das vergesst die Leute immer nur weil etwas nicht per Gesetz verboten ist heißt es nicht dass Nintendo es dulden muss selbst wenn er es nicht geschenkt gekriegt hat 60 Euro für ein Spiel ausgeben was Hauptcontent ist hat er mit dem ersten Video schon 10 mal drin also ich verstehe halt er hat halt einfach gedacht ich will das Spiel also wenn es überhaupt alles so ist er wollte einfach das Spiel so schön es geht für seine Zuschauer präsentieren aber da wäre ich auch ängstlich also ich hätte mich das nicht getraut ein neues Spiel zu emulieren auf YouTube von Millionen von Zuschauern weiß ich nicht hätte ich mich jetzt glaube ich nicht getraut an seiner Stelle ich ich traue ich traue mich das aber ich emuliere auch keine Switch Spiele weil ich keine Switch habe die gemoddet werden kann gerade als Partner von Nintendo was Domtendo Partner von Nintendo ist weiß ich nicht ist das ist das sicher so Nintendo hat nämlich nicht wirklich Partner sowas existiert schon lange nicht mehr Domtendo ist glaube ich kein Partner von Nintendo dieses Partnerprogramm existiert nicht mehr seit einem Jahrzehnt oder so halben Jahrzehnt mindestens waren sie mal ja waren viele waren mal Nintendo Partner aber das gibt es nicht mehr Pac-Man 4 der damals einen Monat vor Release hochgeladen warum ich meine klar warum Klicks aber hat er dafür Strafe gekriegt ich meine kann ja auch sein dass er dafür die Erlaubnis gekriegt hat kann ja sein hey du darfst weil Werbung gut und sowas stopp ja stopp stopp aber ich verreck jetzt eh einen mach ich noch ihr könnt mich mal YouTube äh Nintendo hatte halt damals Partner weil damals hatten die noch die Regel dass keiner Gameplay von Nintendo zeigen durfte also jeder der auch nur Video hochgeladen hat wo man Gameplay gesehen hat von einem Nintendo Spiel das YouTube Video wurde sofort geblockt gebannt also keiner konnte Nintendo Content auf YouTube hochladen weil die das komplett verboten haben und dann hatten sie halt Partner denen sie das erlaubt haben aber da musste es Nintendo Partner sein um die Erlaubnis zu haben tatsächlich Videos von Gameplay zu zeigen auf YouTube und dann mit der Regel also es ist alles nur gerade so Munkelungen und was ich so mitgekriegt habe das weiß ich alles nicht 100 pro und dann haben sie halt irgendwann gecheckt hey irgendwie machen das alle und alle hassen uns dafür also verbieten wir also also verbieten wir das nicht mehr und jeder darf Nintendo Content machen aber natürlich haben sie immer noch das Recht jeden Content zu verbieten weil es ist deren Content und haben aber damit auch wahrscheinlich den Partner abgeschafft weil es keinen Grund mehr dafür denn gibt neue Wette nur zwei Minuten ja finde ich auch ein bisschen ich finde ich auch ein bisschen kurz jetzt ne ist noch gar nicht da neue Wette bitte es gibt viele die von Pokémon und Nintendo unterstützt werden die Modden Sachen machen aber es ist trotzdem nicht gern gesehen es gab das Nintendo Creator Programm wo alle deine Einnahmen über YouTube durch Nintendo gehen und sie haben 50% alle Einnahmen behalten und wenn du was doofes gesagt hast waren es 100% das war sehr schnell abgeschafft ja Leute wettet wieder darauf wie viel Bälle ich brauche jetzt sind die nächsten 30 Bälle dran Angriff sinkt wie habe ich vorhin so ein krasses Erdbebenschaden gemacht was habe ich denn gemacht das 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 habe ich denn gemacht auch also schwarf schon fertig? noch nicht auf jeden Fall ist es kein Problem Zelda zu streamen man sollte es halt nicht modden oder emulieren was die Frames quasi moddet aber ich stelle mir das dann auch lustig vor sagen wir mal ich weiß es nicht, sagen wir mal Domtendo hat nicht in seinem Streams Videos erwähnt, dass es emuliert ist was ich glaube ich was ich glaube er nicht gemacht hat, also er hat es glaube ich nicht gesagt das bedeutet aber dass dann Nintendo das Gameplay angeschaut hat und sich gedacht hat das sieht zu gut aus unser Spiel sieht hier zu gut aus das kann nicht sein, dass das unser Spiel ist das ist gemoddet wir müssen sofort einschreiten wobei ich eher glaube dass Leute sich beschwert haben ich glaube ich weiß nicht wie tief da so ne wie tief das dann geht das kann halt echt sein, dass einfach Leute das sehen kaufen das Spiel spielen es dann bei sich zu Hause und merken, warum ist das Spiel nicht so schön warum ist das Spiel, warum ruckelt es hier und da mal dann rufen die bei Nintendo an und sagen hey mein Spiel sieht nicht so schön aus wie bei Domtendo und dann werden sie aufmerksam und denken sich Moment mal, warum nicht aber weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da Leute bei Nintendo sitzen die jedes Let's Play von YouTubern anschauen und überprüfen es muss vorher irgendetwas passieren, dass die diesen Schritt machen das wäre ein Traumjob naja jetzt er aah ich brauche keinen Trank machen das bringt mich in zwei Schlägen um ob ich dann noch eins mache es macht keinen Unterschied das bringt ja das klingt nach einem Traumlord einfach den ganzen Tag Videos anschauen und dann bei Nintendo anrufen und sagen jo. Aber die Leute gibt's schon. Die kriegen nur kein Geld dafür. Nennt sich Hate Watcher. Nennt sich Hate Watcher. Die kriegen nur kein Geld dafür. Aber deswegen glaube ich nicht, dass es den Beruf gibt bei Nintendo, weil das machen die Hate Watcher von ganz alleine. Okay. Wieder nicht auf 1. Sag doch, es wird immer 2. Da steht dir mal vor, Leute würden dafür bezahlt werden. Wenn du Leute so anschwärzt. Der Hate würde sich verzehnfachen. Huuuuuuhh. Wir müssen trotzdem noch 1 Stunde und 20 Minuten warten, bis es in dem Spiel hier dunkel wird. Außer ich stelle die Zeit vor. Hallo, Taco Dragon. Welche Manga hast du alle nochmal gelesen? Ausrufezeichen Manga. Da siehst du alle, die ich gelesen hab bis jetzt. Na, wie läuft es so? Das Wetter ist sehr schön. ひ ёller ist ganz wahrscheinlich. Fuck. 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 Also du kannst die Liste da anschauen und dann kannst du gerne fragen, was das ist oder sowas. Ich rede gerne darüber. Aber der beste Manga, den ich gelesen habe, ist Uyazumi Punpun. Uyazumi Punpun. Gute Nacht, Punpun. Das Ding hat 10%? Nö. Jetzt nicht. Es schläft nicht. Jetzt hat es 6%. Ich habe gerade das Arceus Event dreimal gemacht. Sehr gut. Sehr gut. Als nächstes holst wieder Level 1 Garados. Deine 5% Kote schmeckt gut. Immer noch. Zwei gewinnt mal wieder. Die Leute, die gesagt haben, zwischen 40 und 50 gewinnen. Gute Nacht, Punpun. Ah, wie es da steht. Ich liebe Moskito. Der beste von allen. Okay. Jetzt kommt Seaguard. Und wenn wir jetzt nicht anderthalb Stunden brauchen für Seaguard, dann kann ich Cosmog euch nicht mehr zeigen. Dann müssen wir ewig warten. Ist euer Sumi Punpun wirklich so heftig? Ja. Euer Sumi Punpun ist heftig. Aber ich kann dir nichts darüber sagen, weil dann brauchst du es nicht mehr lesen. Aber Oyasumi Punpun ist die beste Geschichte, die ich je gelesen habe. Und das wird wahrscheinlich niemals zu einem Anime gemacht, weil die Chance zu groß ist, dass sie es verkacken und dieses Meisterwerk dadurch beschmutzt wird. So wie bei Berserk, die Leute es probiert haben und bisher nicht geschafft haben. Nice Toadie. Wie weit bist du mit dem Origin Decks? Euer Sumi Punpun ist, du musst es halt mögen. Es ist sehr, sehr langsam, weil es ist kein Schonen, es ist kein es ist kein Seinen oder wie das heißt. Es ist kein Detektiv, es ist Slice of Life. Du verfolgst das Leben von Punpun. Und Punpun ist einfach nur ein kleiner Charakter in einer großen Welt. Mein ganzes fängt glaube ich an mit sieben Jahren. Am Ende bist du... Am Ende ist Punpun 18, 20 oder sowas. Du verfolgst in den zehn Bänden oder wie viel das ist, 180 Kapitel oder sowas, verfolgst du sein sein Leben. Und es ist ein sehr, sehr tragisches, krankes, verrücktes Leben. Aber es ist jetzt nichts mit Action, Explosionen oder irgendwelchen Kräften, sondern das ist Slice of Life. Aber es ist ein schreckliches Slice of Life. Äh... Gibt kein Sperry Pokémon mehr. Für immer abgeschafft. Und das Coolste neben dieser unglaublichen Geschichte ist, wie sie visuell dargestellt wird. Weil der Mangaka von Punpun ähm... geht raus und fotografiert die Orte, wo es spielt. Deswegen sieht es unglaublich echt aus, der Manga, weil es tatsächlich Fotos sind. Es sind Fotos, die er dann, wo er rein zeichnet. Also natürlich, die Charaktere sind nicht Fotos, aber die Locations, wo die stehen, sind Fotos. Gibt's ne Doku drüber, wie der das macht und sowas. Was für Filter er dann anwendet. Ich darf jetzt das nicht sehen, ne? Weil sonst... geht's weiter. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Oh shit. Ich habe den Fusion Request. I don't care. Ich rede gerade über Oyasumi Punpun. Und das ist schon mal cool, weswegen Oyasumi Punpun so unglaublich nice aussieht. Und das nächste ist, dass Punpun, wenn ihr das kennt, ihr habt es vielleicht schon mal den Charakter. Punpun hat vielleicht jeder schon mal gesehen. Das ist ein kleiner Vogel. Aber es ist kein kleiner Vogel. Es ist ein ganz normaler Mensch wie alle anderen. Und deiner Manga-Card hat sich dazu entschieden, Punpun als Vogel darzustellen. Das heißt, alle anderen sehen ihn als Menschen. Er sich selber sieht sich auch als Menschen, nur wir wissen nicht, wie er aussieht, weil wir wissen nur, wir für... wie wir sehen ihn nur als Menschen. Äh, als kleinen Vogel. Und seine Mutter und sein Vater sind auch ein Vogel. Aber ansonsten alle außenrum, seine Freunde, seine Feinde, alle außenrum sind normale Anime-Charaktere, normale Menschen. Aber er wird als kleiner Vogel dargestellt. Hallo. Du siehst mich nicht, oder? Dreh um! Und nicht, dass das nicht schon cool genug wäre. Das nächste Coole daran ist, dass der Vogel ändert sein Aussehen, je nachdem, wie Punpun sich fühlt. Das heißt, wenn Punpun ängstlich ist... Es gibt Stellen, da ist Punpun kein Vogel mehr, sondern einfach nur ein Dreieck. Ich glaube, für drei Kapitel oder so ist Punpun ein Dreieck. Weil er sich wie ein Dreieck fühlt. Jetzt die Frage, wie fühlt man sich als Dreieck? Aber es ist quasi sein Aussehen widerspiegelt sich. An einem Punkt hat er für Kapitel lang Teufelshörner. Weil er einfach in der Phase ist, wo er dann Rebell ist. Dann hat der Vogel einfach einen ewig langen Kopf und Teufelshörner. Also es ist optisch einfach so cool gemacht. Und dann hast du einfach noch auch diese unglaublich kranke Geschichte dazu. Wo ist mein Top-Schutz? Ach, sie kriegt die ganzen Disken geschenkt. Deswegen sind wir jetzt irgendwo hier. Also Oyasumi... Bruh. Oyasumi Punpun ist Pflicht für Manga-Leser. Es ist ein... Aber... Ich kenne auch... Also in Podcasts über Mangas und sowas sagen oft viele, sie haben Angst, das anzufangen, weil es so grausam ist. Das ist eine echte... Es ist keine echte Geschichte, aber es fühlt sich an wie eine echte Geschichte. Und du wirst auf jeden Fall nicht glücklich sein, während du diesen Manga liest. Du wirst dir nicht denken, oh ja, Happy End und jetzt greifen wir an und hier die Fähigkeit und Dragon Ball und sowas. Sondern du wirst danach den Manga weglegen und erstmal eine Woche nichts anderes anschauen können, weil du einfach nur Depri bist. Fusion. Hier. Hässlich. Warum? Aber es hätte ja süß sein können. Viele haben den abgebrochen. Ja. Ich glaube, also ich sage dir nicht, ich glaube, die Leute brechen ihn ab, weil er zu langweilig ist. Weil er für viele Leute zu langweilig ist. Du verfolgst halt wirklich einfach manchmal auch einfach ein langweiliges Leben von einem kleinen Vogel. Und manchmal passiert einfach nichts. Er lebt einfach. Aber das ist halt das Tolle daran. Du liest halt einfach das Leben von einem Menschen. Manchmal ist es langweilig, manchmal ist es schrecklich, manchmal ist es lustig, manchmal ist es schön. Also, ich glaube, wenn du es durchziehst, auch wenn du es vielleicht nicht magst oder wenn du danach Depri bist über diese grausame Geschichte, ich glaube, trotzdem wird, kann jeder nur diesen Manga respektieren, wie unglaublich realistisch eine Geschichte erzielt wird. Ich muss hier lang, oder? Ich muss nicht da lang. Ich habe Punpun pausiert, nicht abgebrochen. Ich kann nur sagen, das, was Punpun so gut macht, ist das Ende. Also, wenn du zwischen dann abbrichst, dann kann ich mir nur vorstellen, dass du abbrichst, weil du gelangweilt bist. Aber wenn du das Ende liest, wirst du nicht mehr gelangweilt auf diesen Manga zurückblicken. Es ist erst, ich fand den erst gut, als ich fertig war. Ich werde ihn auf jeden Fall lesen. Was hält dich zurück, jetzt sofort damit anzufangen? Ups. Kack auf Pokémon, guck den jetzt. Wie kann man so hässlich sein? Wow. Hallo, Black Zero. Eigentlich mag ich Slice of Life. Ja, du musst in der Stimmung dafür sein. Wenn es dir selber auch nicht gut geht, dann ist es vielleicht eine Geschichte von jemandem, dem es nicht gut geht, nicht schön zu lesen. Um welchen schlimmen Manga geht es? Oh ja, Sumi Punpun. Der beste Manga, der je kreiert wurde. Gute Nacht, Punpun. Der zweitbeste oder halt der beste in einer anderen Kategorie ist Berserk natürlich. Die kannst du nicht vergleichen, die beiden. Alles gut, Leo? Und morgen auch in Sparking Zero rein? Was für ein Ding. Was für ein Ding. Sparking Zero. Muss noch Kakarot fertig spielen. Achso, gibt es ein neues Dragon Ball Spiel, das Sparking Zero heißt. Ne, ich mag Dragon Ball Spiele nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum Dragon Ball Fans immer wieder Hoffnung haben, nachdem immer wieder Dragon Ball Spiele rauskommen. Ich verstehe nicht, warum immer wieder neue Dragon Ball Spiele rauskommen, wenn keines erfolgreich ist. Das sind wie diese anderen Spiele. Was war das letztens, was ich auch gesagt habe? VR Spiele. So, überall kommen VR Spiele raus und in Wirklichkeit besitzen nur 3% der Gamer VR Headsets. Warum existieren VR Spiele, wenn niemand sie kauft? Warum existieren Dragon Ball Spiele, wenn jedes immer schlechter, schlechter und schlechter wird? Aber hey, vielleicht wird das ja gut. Er versucht, das eine Spiel zu treffen. Ja. Ich hoffe für euch, dass ihr morgen nicht enttäuscht werdet, wenn ein weiterer Fail rauskommt. Nee, kann ja sein, dass es großartig wird. 3D Blu-Rays. Gibt's noch 3D? 3D ist doch inzwischen abgeschafft. Warum kommt jedes Jahr ein FIFA oder COD raus? Weil die erfolgreich sind. So, so, die Argumentation brauchst du nicht bringen, weil jeder Idiot kauft COD und FIFA. Aber Dragon Ball kommt raus, alle beschweren sich, wie schlecht es ist, keiner kauft es und sie bringt 2 Jahre später wieder eins raus. Das kannst du nicht vergleichen. Du magst vielleicht FIFA und COD nicht und ich auch nicht, aber sie verkaufen sich wie heiße Semmeln. Aber Dragon Ball wird auch gekauft. Das bezweifle ich eben. Ich glaube nicht, dass viele Dragon Ball Spiele gekauft werden. Aber man vergisst immer Japan. Wir kriegen halt nicht mit, was die in Japan von den Spielen denken. Kann sein, dass die in Japan sich sowas von wegkaufen, diese Spiele. Ein Streamer hatte das Game vorher, Bandai hat den direkt weggebannt. Ja, logisch. Das ist falsch hier, ne? Wo geht's zu Saigard? Nein, ich will nicht mit dir reden, Pokedex. Mach deinen einen Job. Zeig mir die Karte. Da ist die Höhle, ne? Da muss ich rein. Habe ich nicht jetzt sogar hier einen Flugpunkt an der Stelle? Ja, oder? Man sieht's nicht. Habe ich einen Flugpunkt? Ich sollte hier einen Flugpunkt haben. Ach, da ist ein Flugpunkt. Okay. Dragon Ball Xenoverse über 1,4 Millionen Mal verkauft laut Google. Ja, das eine. Das ist ja der Grund, warum Leute immer wieder Dragon Ball kaufen, weil sie hoffen, dass es genauso gut wird wie Xenoverse. Aber was ist mit all den anderen Spielen? Wie oft hat sich Kakarot verkauft? Wie findest du Vagabond? Die Neuflage kommt jetzt bald. Habt die ersten drei Bände vorbestellt. Ich hab Vagabond glaube ich im Moment bin ich bei Kapitel 100 oder so. Ich weiß es nicht. Vagabond ist cool, aber es ist auch sehr slow und sehr viel Gelaber. Aber es ist wunderschön gezeichnet. Ich werde hier und da lese ich Vagabond weiter. Aber ich glaube ich hab seit einem Jahr kein Manga mehr gelesen. Acht Millionen? Was? Acht Millionen? Dragon Ball Kakarot hat sich acht Millionen Mal verkauft? Was? Das liegt am Namen. Wie hieß das davor? Kea Schau wahrscheinlich sieben Millionen in Japan und eine Million der Rest. Nein. Ich glaube die Spiele werden in Japan richtig krass gekauft. Keine Ahnung. Vielleicht Oh hier ist Pyrolio. Ja vielleicht vielleicht aber ich ich stehe nicht auf Dragon Ball. Ich werde es mir sowieso nicht kaufen. Das hat sich bisher 20 Millionen Mal verkauft auf allen Plattformen zusammen. Aber es ist noch nicht raus. Es kommt morgen raus. Es hat sich schon 20 Millionen Mal verkauft. Es kommt jetzt morgen raus. Hier muss ich lang, oder? Nicht Vogel! Vielleicht wird es ja mega cool. Okay, das ist die falsche Hülle. War das doch beim Blumenmeer? Oh nein. Welches Pokémon sucht er gerade? Sag ich dir nicht, weil dann laberst du mir rein, was ich tun soll. Okay, dann muss es doch da sein. aber da ist nix. Aber da wird was sein. Leute, die 120 Euro gezahlt haben, kriegen das Spiel früher. Gab's ist das nicht? Schau mal. Bei Kack Astro-Spiel bei dem Star Citizen Starship Enterprise war das nicht da auch? dass du einen Vorbestellerbonus hast, dann kriegst du das Spiel früher. Das ist so eine Unverschämtheit. Das ist mittlerweile gang und gäbe. Ich habe das noch nie bei einem Spiel erlebt, außer bei dem Microsoft Game. hier. Manche haben es schon und haben es hochgeladen. Hier müssen wir durch. Assassin's Creed hat das auch schon gemacht in FIFA. Leute, das heißt gar nicht mehr FIFA, das heißt FC. Nein, ich bin falsch. Wie hat die mich nicht gesehen? So. Nein. 217 und 215. Also ich verstehe es, aber ich verstehe nicht, welches Pokémon das ist. Osterring und Sneebel. Also ich verstehe, was ich sehe, aber ich verstehe nicht, warum bei Sneebel das so ist. Ist Sneebel bekannt dafür, dass es klaut? Joki-Bär. Das ist cool, ja. Da haben sie sich mal mehr gedacht. Aber Jogi-Bär ist doch sehr amerikanisch, oder? Lief das bei uns jemals, Jogi-Bär? Ich habe das nie gesehen. Ich weiß nur, dass es existiert. Schaust du eigentlich in Vessel of Hatred rein? Ihr sagt Sachen. Ich fühle mich immer wieder alt, wenn ihr Sachen schreibt. Was ist das denn jetzt? Vessel of Hatred. Die Ablo-4-Erdon. Ah, ja. Ähm, nö. Ich habe die Ablo-4 nicht mal die Karte aufgedeckt komplett. Irgendwann will ich das machen, aber ich weiß nicht wann. Zu viel, zu wenig Zeit. Okay. Äh, ich hole mir kurz einen Snack und dann sagt ihr jetzt. Jetzt kannst du auch gerne 5 Minuten machen, wenn du willst. Wie viele Bälle brauche ich bei Zygarde? Es geht wieder los. Wettet eure Punkte hinfort. Wie lange brauche ich bei Zygarde? 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 Wie ist die Catch-Rate? Wie immer. 1,6. 6 und 10. Ne, stimmt gar nicht. Ist schon zu spät, oder? Ne. Ne. 1,6. 4 und 7. Wurde das Boot heruntergefunden? Ja. Kannst dir den Clip anschauen. Oder das Video, was Ende der Woche rauskommt. Du musst es zweimal fangen, oder? Äh, ja, ich fang's gerade zum zweiten Mal. Jetzt können wir wieder dich nicht pilz sporen, ne? Hm. Hm. Ich glaube auch, ich glaube, es ist zu spät, es ist zu spät, es ist zu spät, es wird es ist zu spät, Eins. Ich habe einen Gen 6 10 gebraucht. Das ist doch Pflanze, oder? Ist das nicht Pflanze? Boden? Hm. Ey, ich dachte gerade an Paralyse. Ich kann es nicht paralysieren, aber ich kann es einschläfern. Okay. Hm. Hallo, das fernen Licht. Hallo, Toni. Okay. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ok. 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 Oh, oh. Oh, oh. 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 Oh, macht es die ganze Zeit Giftblick? Oh, oh. Das Fernlicht, wo kommst du denn auf einmal mit dieser Nachricht her? Danke für deinen Prime. Du verfolgst mich seit dem Talk mit Stay und Raz? Gott. Wenn ich daran denke, muss ich cringen an mich selber. Wie peinlich ich da war. Wie seltsam ich war. Seitdem verfolgst du mich? Seitdem habe ich drei neue Kanäle gemacht und was nicht alles. Aber ich finde interessant, dass du denkst, dass ich ein 20k Special mache. Was soll ich denn da machen? Ich mache kein 20k Special. Mach was. Oh. 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 Hey, Stay war verwundert wie man unter 10k Subs das Fulltime machen kann. ja. Und können vielleicht nicht in der Schweiz leben. Nee, hier ist auch teuer. Aber ich glaube, Schweiz ist nochmal teuer. Oh. 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 Ich glaube, da steht... Hier, jetzt ist der Bodyguard weg. Das war es mit der Nummer 2. Das Seaguard will nicht, obwohl alles perfekt ist. Ich sub es in der Schweiz, koste 9. Aber dafür verdienst du dich auch ja richtig gut, wenn du ein Sub kriegst aus der Schweiz. Moment mal, ich habe Schweizer. Vielleicht sind die nicht mehr hier. Deswegen. Viel zu teuer. Teuer hier? Nee, wir verdienen nur gut. Aber als Streamer verdienst du halt so viel wie deine Zuschauer dir geben und aus welchem Land sie kommen. Eieeey. Kerre. Das sind 6,99 Franken. Schau, schau. Wieder fast die falschen News bekommen. 7 Franken. 20k Special ist die 3 Katzen in Gen 2 am Stück fangen. Im Pokéball ohne Schlaf. Das heißt, ich muss mich bestrafen. Dafür, dass ich was Schönes gekriegt habe. Und da ist der Bär. Der Bär beschwert sich schon. Nein, Sakura. Also Subs in der Schweiz werden bald 9 Franken kosten. Unverschämt. Hallo, Bär. Mein Fang ist trotzdem zu viel. Guck, ich werde so viele Subs verlieren. Nur wegen der Kackschweiz. Was machen die denn da? 9 Franken kostet aber auch ein Bier. Es gibt halt Leute, die haben keinen Laptop und keinen PC. Den bleibt fast nichts anderes übrig, als mit dem Handy Switch zu schauen. Solche Leute gibt's. Ich verstehe es auch nicht. Solche Leute gibt's. Also solche Leute muss es geben, weil nicht jeder kann sich halt sowas leisten. Und viele Leute lieben es auch, nichts anderes zu haben. Die mögen gar nicht sowas wie ein Laptop haben. Die haben vielleicht dann kein Laptop, sondern ein Tablet. Aber trotzdem gibt's natürlich Wege, Twitch aufzurufen ohne Mobile-Version. Ich weiß schon, du musst einfach das M rausnehmen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber das wissen die Leute doch nicht. Stop the Count? Nee. Ihr kriegt alle eure Punkte wieder. Hätte ich gar keinen Bock mit so kleinem Bildschirm. Okay, mach weiter. Nochmal nächste Versage. Bitte nur zwei Minuten. Mach eine Minute. Oder zwei. Ich hab Laptop, aber guckt nur auf Handy. Ja, verstehe ich nicht. Rosa ist auch jemand, die macht alles am Handy. Bestellt Tickets auf dem Handy. Liest Artikel auf dem Handy. Und ich verstehe das nicht. Ich hasse das. Ich hasse es nicht unbedingt wegen der Größe vom Bildschirm, sondern wegen der Tastaturgröße. Ich hasse es, URLs einzutippen. Ich hasse zu googeln. Ich hasse alles, was mit Tastatur zu tun hat, auf dem Handy. Hast du alle Ultrabässchen? Ja. Ich mag einfach, vor allem weil ich ein fettes Setup habe, sehe ich es nicht ein, an einem kleinen Handy irgendwas nachzuschauen, wenn ich einfach drei Bildschirme vor mir haben kann und ich einfach die Tastatur benutzen kann und eine Maus. Aber es gibt Leute, die haben ein Handy und es reicht denen. Und genau genommen, es hat auch alles, was man braucht. Man kann da komplette Aufsätze drin schreiben, einfach Google Docs aufmachen. Aber ich bin am Handy schneller als am Laptop. Ja, du bist halt dann acht Jahre alt. Nein. Ich meine, das ist ja auch die Zukunft. Ich meine, deswegen meine ich ja noch, das, was dann eher Leute haben, ist vielleicht ein Laptop oder ein Tablet, weil sie einen größeren Bildschirm wollen. Und deswegen gibt es ja dann Tablets mit Tastatur zum Anschließen und was nicht alles. Ich kann am PC zehn Finger tippen, ich nicht. Hallo Kaba. Und auch immer Mobile. Ich habe letztens wieder, wir haben gestern einen Termin in der Apotheke gemacht für Covid-Booster und dann konnte man den online halt machen. Und dafür musste man sich anmelden bei diesem System von der Apotheke. Und so wie ich schon bei dem Kino letztens, habe ich halt am Handy Kino-Tickets bestellt und ich habe nie eine Bestätigungs-Mail gekriegt. Und deswegen bin ich ja da nicht ins Kino und habe das Geld verloren und was nicht alles, die vier Euro da. Und dann gestern gehe ich auf diese Apotheke und will einen Termin machen für Covid-Booster, E-Mail-Adresse angegeben, alles, ich kriege wieder keine Mail. Und dann denke ich mir so, warum will ich all die Kacksachen am Handy machen? Ich gehe an meinen PC ab jetzt nur noch. Scheiß Handy, Handy ist nur für TikTok da und sonst nix. Ich brauche kein dummes Handy, um irgendwelche Sachen zu machen. Mobile-Versionen von Webseiten sind broken. Bei mir immer. Eine Frage bezüglich Gen 1 oder 2 auf dem DS-Zocken. Ist es erlaubt, beziehungsweise möglich, ein DS zu modden mit digital Gen 1 und 2 und dann mit Pokébank auf Form zu bekommen? Ja. Warum? Du beschreibst einen ganz normalen Prozess. Was ist daran besonders? Weiß nix besonders dran, was du sagst. Kack Bodyguard seit 10 Stunden. Oh, Das war's für heute. Ja, deswegen hast du ja gesagt, du holst dir, du moddest deinen DS. Also hast du die digitale Version von Gen 1 und Gen 2. Welch du mal dabei? Also hast du dieui und schießt aus dem Gen 3. Also sind wir hier und hast du da? Das war's für heute. So ein Pech. Das Ding macht wahrscheinlich bald Verzweifler. Morgen feiert Pokémon Rot-Blau 25-Jähriges in Europa. Happy Birthday. Das heißt, morgen kommt ein Remake raus. Für die Switch. Von Gen 1 und Gen 2. Von Gen 1. Von Rot und Blau. Hab ich gehört. Genau deswegen. Von Gen 1. 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 Ich hab vorgestern Saigard in X gefangen, in 10 Bällen, ohne dass es geschlafen hat. Was ist hier los? Hallo Jay. Ich kann nur noch zweimal einschläfern. Deswegen meine Frage. Wo war da die Frage, was? Du hast einfach nur gesagt, morgen feiert Pokémon. Achso, das war eine Frage. Wenn's der fünfte war, dann hat Seribi bestimmt darüber berichtet. Hat Seribi darüber berichtet? Ich glaube nicht. Die UFC Catch Rate gerade 7%. Also viel zu gut. Jetzt 4%. Krass. Krass. Hallo Sophie. Krass. Ich hab glaube ich nur noch einen... eine Spure. kranke schlange jetzt kann ich nicht mehr paralysieren dankeschön show das nett aber so wie du das schreibst klang es so als ob du schon vorhattest den origin dex zu machen und dann mich gefunden hast was auch cool ist weil ich habe natürlich auch vom origin dex von anderen youtuber erfahren das stimmt auch so nice und dann hast du mich gefunden weil du einfach origin dex eingegeben hast auf youtube da bist der erste der mir das so sagt die meisten sagen immer dass ich die auf die idee gebracht habe wo ich immer sage ich habe das nicht erfunden ganz logischer name du bist schon fertig hast schon alle gens durch nein du hast ihn angefangen ich kann dir nur sagen ab gen 6 ist leider relativ langweilig außer sie gar bleibt nicht drin oh mein gott irgendwas stimmt nicht wir machen nicht nochmal eine dritte vorhersage das wort habe ich dir beigebracht okay es gibt es doch nicht ich will nicht nochmal vorhersage machen müssen wir sollten nur anfangen damit ich wieder pilz spore habe ich kann auch äther einsetzen habe ich sowas top äther du findest die guard lame du bist lame du bist lame alle kriegen ihre punkte zurück wollen wir nochmal eine vorhersage machen ich meine inzwischen wäre es dumm alles über zwei alles über eins zu sagen es sollte jeden augenblick drin bleiben okay machen wir nochmal eine einminütige vorhersage 61 69 und so ich glaube das ist ein rekord in dem spiel oder anego hat anego mehr als anego war unter 70 war anego über 70 das erste kapu war hart was fehlt hier noch nix das erste kapu war hart und dann anego hat ewig gedauert aber ich glaube anego war trotzdem unter 70 ich habe leider erst gen 1 und 2 auf original hardware fertig gemacht und dann hast du mir gesagt dass ich es nur mit virtuell und solle machen kann du kannst es auch mit gen 1 und gen 2 machen aber du wirst die pokémon halt nicht auf form kriegen außer du benutzt halt eine software dafür die es gibt es gibt software mit der du gen 1 gen 2 pokémon übertragen kannst aber das coole halt an der virtuellen konsole ist wenn du es da machst kannst du es halt wirklich einfach übertragen und alle pokémon haben die versteckte fähigkeit automatisch ich weiß nicht was passiert wenn du die pokémon von gen 1 und gen 2 überträgst ohne virtuelle konsole was dann mit den fähigkeiten passiert irgendwie muss das ja programmiert sein schon fertig das geht ja hier sogar richtig proke transport gb leute allgemein immer in der welt des internets wenn ihr euch denkt ich wünschte ich wünschte das würde gehen ich verspreche euch es gibt jemanden der es gemacht hat und es geht und so auch in diesem fall du kannst einfach mit diesem github tutorial software ding kannst du deine pokémon von gen 1 und gen 2 übertragen auf gen 3 ich warte nur darauf dass es auch für deutsche spiele möglich ist dann wollte ich ein video drüber machen im moment kannst du das mit deutschen spielen noch nicht machen das hat er wieder bodyguard da fehlen versuch 70 und 80 oder ja das ist absicht habt ihr ein video gefunden für deutsche spiele ja mit pk hacks geht alles wenn du sowas meinst hihm hmm Der hat von Pokémon Silber auf Feuerrot übertragen. Ja, und wie? Du hast ja einen gemoddeten 2DS bestellt. So viel Geld. So viel Geld, was du dafür ausgegeben hast. Das hättest du selber machen können für... Null Euro und eine halbe Stunde Arbeit. Immer noch Bodyguard. Ich muss nochmal aufhören. Äh. Jetzt. Jetzt. Ich bin so unbegabt und hab Angst, was falsch zu machen. Du kannst nichts falsch machen und das kriegt wirklich jeder hin. Aber, hey. Wenn du keinen Bock hast. Aber es ist wirklich Geldverschwendung. Es ist unfassbar einfach und das kriegt jeder, jeder hin. Wirklich, jeder. Hast du ein Tutorial auf YouTube? Ich glaube, das ist verbuggt und es sei egal. Ich sollte neu anfangen. Von Gold, Silber auf Fire, Fire, Red, Leaf, Green. Jetzt aber. Ey. Ey, wer hätte es gedacht? Die Einser gewinnen. Hat überhaupt jemand Eins gesagt? Hat mich geirrt, war doch Englisch. Hey. Eine Person hat gerade all das bekommen von allen anderen. Ich meine, es musste langsam kommen. Wir waren weit über den Orts. Also es war weit, es war schon sehr lang fällig, dass es kommt. Musste ich gegen die kämpfen? Ja, sie bewegt sich nicht mehr. Hier stand doch jemand, nein? Okay, wir haben jetzt zwei Seilguards. Und ich zeige euch jetzt, was wir mit denen machen. Denn das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Ich habe auch zuerst gedacht, hey. Ich muss einfach nur eins. Ich muss einfach nur Ultra-Sonn- und Ultra-Mond spielen. Dann habe ich am Ende vier Seilguards. Kann ich abhaken? Falsch. Falsch. Äh, wo ist das? Äh. Hier. Da es sich um verschiedene Versionen von Seilguards handelt, können wir nicht einfach nur Seilguards uns holen und abhaken. Wir müssen die Seilguards synthesieren. Und dafür braucht man mehr als vier Seilguards. Weil jedes Mal, wenn du zwei Seilguards zusammentust, wird das zu einem Seilguard. Weswegen ich nicht nur zwei Seilguards jetzt in einem Spiel hier habe, sondern drei. Und wir schauen uns gleich den Unterschied zwischen denen an. Aber das macht nichts, denn alle werden das Gleiche am Ende sein. Es ist egal, was man für welche hat. Und man sie komplett neu kreiert. Hallo. Bitte gebt mir ein Seilguard. Ach, nochmal kämpfen. Warte. Wimikbar regelt. Watt. Ihr habt doch komische Items, die euch am Leben halten. Was ist denn das? 85. Aber wenn man das vergleicht mit Gen 5, wo mein Flambyrex locker Level 100 wurde, sind meine Pokémon in Gen 6 auch Level 100 geworden? Doch, ich glaube, mein Quajutsu ist Level 100 gewesen am Ende. Hier. Zwei Spieldurchgänge. Noch nicht mal Level 90. Aber ich musste auch so gut wie nichts besiegen, weil man einfach an allem vorbei rennen kann. Nice. Das gehört gleich mir. irgendwie hat er eine leichte drachenschwäche leichte mimikma schwäche jetzt in manga homunculus ja ich habe homunculus komplett gelesen und auch den film angeschaut beides war sehr gut immer noch mehr ein volles team hey 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 simsala okay jetzt habe ich alle sei guards gleich homunculus war eklig teilweise ja der film macht es nicht besser der film hat es echt gut widergespiegelt auch die szene im auto zum beispiel und so okay jetzt erklären die mir das und es geht rein und wieder raus denn es ist zu kompliziert wir können zum glück ewig herum probieren bis wir es richtig machen aber ich glaube ich weiß wie ich glaube es ist auch egal ich würde gerne herausfinden ob ich mehr als 100 zellen in einen würfel reinpacken kann ich glaube das probiere ich gleich mal aus das speichere ich erstmal falls ich wirklich was verkacke aber ich habe jetzt pass auf hier drin piepst du übrigens ein bisschen nervig aufgepasst ich habe drei seigards warum habe ich drei weil eins ich kann nicht mehr so hier eins aus pokémon x ist oder aus y das aus x habe ich auf home das ist y ist hier final höhle das haben wir gerade gefangen carlos region das ist aus der carlos region und das hier haben wir gerade hier erhalten und ich will drei aus alola bei 1 habe ich aus carlos das gehörte auch her und dann habe ich drei aus alola nur so macht das für mich sinn und auch nur so schaffen wir es mit nur zwei spiel durchgängen alle seigards zu haben denn und das bin ich jetzt gespannt ob das geht ich schätze nicht schätze mal das maximale ist 100 ich packe jetzt alles seigards in diese box rein wir können erst mal gucken ob 240 er gehen die 250 gehen auf jeden fall weil dann sind wir bei 90 erst nee dann sind wir bei 40 50 ja nee 250 das was ich gerade gefangen habe packen wir hier rein auf spalten und dann schaue ich mal was passiert wenn wir noch ein 50er reinpacken weil dann sind wir über 100 prozenten das geht wahrscheinlich nicht über 100 prozent kann nicht mehr sein fortzustand zurückversetzt werden außerdem geht alles verloren auch seine attacken das geht ja spaltung wird abgebrochen was nein warte da habe ich mich verklickt nicht synthese ach gott es gibt so viele verschiedene sachen hier das aus carlos auf spaltung es geht steht in meinem würfel jetzt wie viele drin sind weil da müssen jetzt über 100 drin sein steht da gar nicht ne untersuchen aktuell erhält er 140 man kann über 100 zellen sein machen in einem würfel krass ok aber ja gut und dann packe ich noch das letzte rein dann habe ich 150 zellen und kann daraus zwei neue machen eins mit aura umkehr und eins mit schar wandel und das ist der plan das geht aber eben nur wenn ich drei stück habe mit zwei kriege ich nur entweder zwei normale oder ein hunderter ich brauche ein hunderter und ein normales und das geht nur wenn man drei sei ein ganz hat deswegen habe ich mir das eine aus y geholt was ich noch nicht hatte synthese aus dem sigart würfel ja komisch dass ich nicht auswählen konnte ob ich 50 oder 100 will ich habe jetzt ein hunderter gemacht und jetzt sollte ich noch normales machen können und jetzt den hund brauchst du noch ja das zehnprozentige saiga das du dabei hast ist das einzige zehn prozent mit aura umkehr nö was nö 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 umkehr kann ich nichts ändern kann ich jetzt nicht mal warum den hund ich aber warum warum kann ich denn nicht 50 prozent reintun und zehn prozent rausholen warum gibt es die option nicht dass ich einen zehnprozentigen hund halt synthesiere warum kann ich nur 50 oder 100 machen bzw ich glaube ich kann ein hund rausholen wenn nur zehn drin sind aber als ich konnte allerdings auswählen wenn 100 drin sind kriege ich nur 100 raus wenn 50 drin sind kriege ich nur 50 raus ich kann nicht auswählen was ich raus haben möchte obwohl ich genug zellen habe um alles machen zu können okay das heißt ich muss den hund einfach lassen ich habe das ja nur reingesteckt um zu schauen ob ich mehr als 100 reinstecken kann das geht ich könnte mir quasi von ganz vielen leuten einfach sie gar geben lassen und 1000 zellen im würfel haben okay also ich muss einfach nur neu laden und das den hund lassen klar und dann ein hunderter machen aus den x aus dem y und dem 9 und dann ist das 100 prozent weil du mehr zählen hast das ist ja die sache ich habe mehr zählen aber ich soll es sollte doch auch möglich sein dass ich einfach aus dem würfel 10 heraus hol obwohl ich 50 habe aber die option gibt er mir nicht ich dachte ich kann aber jetzt ein hund rausholen oder geht nicht macht nix man das noch mal also den auch umkehr hund habe ich jetzt tun wir die beiden schlangen rein auch so seltsam dass der hund einfach level 63 ist und ihr habt gesehen bei dem einen seigart stand carlos regionen bei bei dem anderen stand rote 16 oder 13 ach dieses anbrechen nein aus dann aber noch ein hund mit scharwandel ja hatte ich ja gerade dann hatte ich ja gerade gemacht ich habe normal resettet damit ich auch den ohne scharwandel dann synthetisieren wir aus dem würfel wollen wir den 100er raus obwohl 140 drin sind 130 40 90 140 sind drin das ist jetzt ein neues seigart mit optimus prime form jetzt nehme ich den würfel macht das zu einem hund kalutize tatze und jetzt schaut her beide hunde obwohl das eine seigart aus carlos kam das eine ist auch umkehr das habe ich gerade von denen geschenkt bekommen kommt von rote 16 das andere scharwandel kommt auch von rote 16 also beide sind vom siebten zehnten bei dem pokéball und beide kommen aus alola obwohl eins davon eigentlich aus carlos kam und das geht das geht und es ging hast du auch 50 prozent mit scharwandel ich habe alles abgekreuzt das war's jetzt müssen wir noch kurz sieben minuten warten und dann sollte ich dann sollte ich endlich kosmok holen können 20th century boy ist einer der besten mangas meiner meinung nach alles was dieser manga car gemacht hat ist großartig und muss man gelesen haben ja kosmok ist das einzige was jetzt noch fehlt scharwandel aber umkehr wir können speichern das wäre jetzt blöd wenn ich irgendwas falsch gemacht habe aber ich kann es jetzt auch nicht überprüfen weil das andere ist auf dem spiel aber das stimmt schon wir haben das alles richtig gemacht zwei hunde das eine wird schon stimmen dann hole ich jetzt noch solga leo und mit dem solga leo gehe ich dann an dem dann das teleporting und dann war nicht gerade schon dunkel draußen vielleicht geht es schon aber jujika no rokunin was ist das jujika no rokunin vielleicht kenne ich das ja jujika no rokunin was ist das jujika no rokunin was ist das okay es scheint noch nicht zu gehen es ist hier noch nicht dunkel sicher dass ich alles habe was ich brauche ich habe solga leo an erster stelle will ich noch mit jemandem geredet haben ich muss doch eigentlich jetzt von hier in die auf die auf die parallelwelt reisen können was fehlt mir weil es ist doch dunkel oder vielleicht ist es noch nicht dunkel als ich das pokémon center verlassen habe kosmog sonnenkreis c in pokémon sonne ist er erst nach der pokémon liga zugänglich nachdem der protagonisten nachts mit solga leo im team beim erneuten besuch durch das portal beim sonnenkreis podium in eine art parallelwelt gegangen ist ja das heißt es ist einfach noch nicht spät genug gibt es eigentlich irgendwie eine in-game uhr 16 stunden habe ich jetzt hier gebraucht krass doch so lang 16 stunden ich war so schnell dachte ich aber letztens war es ja auch irgendwas war doch dass ich äh um 17.59 es war dunkel und ich habe wolverock entwickelt und es hat sich nicht entwickelt also es wollte sich nicht entwickeln und dann war 18.01 und dann hat sich es entwickelt obwohl schon die welt dunkel war hat es noch nicht gezählt als dunkel ist irgendwie leicht versetzt so es es sieht dunkel aus aber im code ist es noch nicht dunkel 16 stunden schnell nee so wie ich durchgerannt bin dachte ich locker dass es wobei 10 stunden waren es auch nicht ja 16 und heute haben wir ja allein vier stunden hier gegammelt muss jetzt warten bis 18 Uhr ist bis 19 Uhr ist ein bis die das Amen. Bisher habe ich deine Streams immer nur auf YouTube gesehen, weil ich es zeitlich bisher nicht gerafft habe, gerafft habe, geschafft habe. Und heute bin ich das erste Mal live dabei. Dankeschön. Aber jetzt sind wir mit dem Origin Decks heute fertig, Gen 7. Und dann fehlt nur noch Gen 8 und dann sind wir komplett fertig. Morgen spielen wir die vier schlechtesten Pokémon-Spiele, die jemals rauskamen. Und dann will ich, bis ich das Gen 7-Video fertig habe, was Neues anfangen. Und zwar spielen wir TCG, also Trading Card Game Pokémon. Und das ist dann vielleicht schon der Mittwoch. Also wenn ihr in Nostalgie schwelgen wollt, weil ihr damals auch auf dem Gameboy Pokémon-Kartenspiel gespielt habt, dann seid hier. So, jetzt ist 18 Uhr. Mal schauen, wie genau das jetzt funktioniert. Hey, und schon geht's in die Parallelwelt. Ich finde, es ist eine coole Lösung, wie man quasi an Cosmog kommt, weil sonst wäre es ja unmöglich. Sie hätten einem auch nur Cosmog geben können. Aber so ist es dann doch cooler. Ähm, und dann? Und dann? Was war dann? Rausgehen? Was war denn dann? Rausgehen? Löwe ist dabei, ja. An den See? Achso, ich bin ja jetzt am falschen Ort. Stimmt. Das ist so verwirrend. Ich bin am gleichen Ort, aber halt nicht. Das ist so komisch. Ich weiß nicht, happens, was du meinst. Und dann, und dann, und dann, und dann, und dann, und dann. Oh, wo ist mein Auto? Was ist das? Duuude! Und mine? Uh, what? Nee. Die GB Operator kamen heute. Nice. Und spielst direkt was. Solga Lego hat plötzlich gen Himmel gebrüht. Gebrüht. La Leona. Er kann die Spielstände von Gen 2 nicht laden. Weil die Batterie leer ist, oder? Das war klar. Oder was meinst du? Batterie ist leer, oder? Gen 1 geht. Dann ist da die Batterie noch nicht leer. Koschmog. Koschmog. Es ist ja nicht nur so, dass du hier nicht Zugriff darauf hast. Sondern wenn deine Batterie leer geht, löscht sich dein Spielstand. Weil der Spielstand wurde über die Batterie... Das Spiel merkt sich den Spielstand mit der Batterie. Und wenn die Batterie leer ist, dann ist es... Wie wenn man mir zu sehr auf den Kopf haut. Dann vergiss ich auch ein paar Sachen. Bei Kristall sagt er Spielstand kaputt. Okay. Da müsstest du nachforschen. Ich weiß nicht, ob... Vielleicht ist das der Unterschied zu Kristall. Dass Kristall so eine Nachricht hat. Aber wenn ich jetzt sicher... Funktioniert es? Naja. Ich kann dir da nix versprechen. Dann kam sie gerade. Vergessen. 72? Ich kann dir das mit der Batterie nicht versprechen. Aber... Eigentlich sollte... Der GB Operator deinem Spiel Strom geben. Weswegen... Du... Das Spiel spielen kannst. Aber sobald du halt deinen PC ausmachst. Oder das Spiel raustust. Aus diesem GB Operator. Ist da wieder keine Batterie drin. Und dein Spielstand wird einfach gelöscht. Das funktioniert nur gerade, weil der halt drin steckt. Und da Strom durchläuft. Glaube ich. Die Batterie füllt sich nicht wieder auf. Du kannst ein Backup machen. Du kannst jedes Mal, was GB Operator auch automatisch macht. Jedes Mal machst du ein Backup von deinem Safe. Und dann wird quasi der Safe auf deinem PC gespeichert. Und halt nicht auf der Cartridge, wo er gelöscht wird, weil keine Batterie ist. Fliegt mit Sicherheit an der Batterie. Es kann auch sein, dass einfach dein Spiel noch zu schmutzig ist. Und einfach den Spielstand nicht lesen kann. Ich glaube auch. Aber wenn du halt einmal vergisst, ein Backup zu machen, dann ist es halt... Hast du halt nicht gespeichert. Okay, das war's. Das Einzige, was noch fehlt, ist Mageana Pokéball Originalform. Und ich muss Wulpix noch entwickeln. Aber ja, wir können jetzt noch diese Pokémon übertragen. Und Wulpix entwickeln. Und die Mageana-Form kann ich erst nach Mitternacht holen. Weil ich dann erst Pokémon rüber tauschen kann. Weil ich heute schon 10 Pokémon getauscht habe. Bibi, bibi. Kann man das in Pokéball? Ja. Mageana? Nee, Jubelball. Cosmog war ein Pokéball. Mageana ist Jubelball. Jesus Mageana. So viel Aufwand. Obwohl ich es schon habe. Welches Pokémon-Game spielst du als nächstes? Morgen spiele ich die vier schlechtesten Pokémon-Spiele. Am Mittwoch spiele ich Pokémon Trading Card wahrscheinlich. Origin Dex nähert sich dem Ende. Endlich. Aber das wird so eine Genugtuung sein. Ich werde aber dann so oft durchgucken, ob ich irgendwo einen Fehler habe. Ob irgendwo ein Pokémon nicht männlich ist oder ein falscher Ball. Aber es sollte nicht sein. Ich habe so oft bin ich durchgegangen. So wie bei dir. Als du vergessen hast, Charnere zu entwickeln oder sowas. Du bist doch auch komplett durchgegangen und dann jemand so... Ähm, Dave? Da gehört ein Hytera hin. Kann dir auch ein Pokémon-Game empfehlen. Das heißt Pokémon Dark Warship. Okay, das Spiel existiert nicht. Aber... Hey, was in deiner Fantasie existiert? Das existiert in deiner Fantasie. Ist doch super. Das ist aber bestimmt eins von diesen illegalen Fangames. Die gegen die Pokémon-Religion gehen. Ja, ist ein Fangame. Ich spiele keine Fangames. Was ist so gut an dem? David 1 4 0 4 1 9 9 2. Ich glaube, ich weiß, wann du Geburtstag hast. Leicht dezent. Hä? Hallo? Hallo, Spiel. Ich habe dich reingetan. Das ist so nervig, wenn man Bank irgendwas falsch macht. Dann muss man ewig warten, bis man wieder draußen ist. Warum ist das Spiel nicht drin? Das ist Arceus' Lästerung. Genau. Ich spiele weder Fangames, noch spiele der Nuzlocke. Ja, und das hat beides den gleichen Grund. Fortschritt in diesen Spielen bringt mir nichts. Das Game ist wie andere Pokémon-Games. Da geht es um Saigard. Hä? Wo ist mein Ultramond? Das ist immer so was von... Okay, vielleicht sollte ich einfach mal. Eigentlich funktioniert es, dass man während Bank offen ist, das Spiel austauscht. Das habe ich mehrmals gemacht schon. Da ist es doch. Dann muss ich echt Bank neu starten? Pusten? Nee, hier ist es ja. Ich habe aber gestern... Ich könnte schwören, dass ich nicht aus dem Spiel raus bin. Und es hat funktioniert. Das war Dave. Hallo, I'm Shadow. Ich lasse aber die Pokémon noch im Spiel. Also ich transferiere sie heute noch nicht auf Home. Erstens, weil mein Home gerade komplettes Chaos ist, wegen dieser Magianer. Wenn da irgendwas schiefläuft und irgendwas löscht sich, dann ist mein ganzer Origin Decks weg. Es kommt davon, dass ich meine ganzen alten Pokémon gelöscht habe. Nachdem ich die... ...Origin Decks Sachen hatte. Pokémon Channel ist nicht so teuer. 40 Euro? Oh, die Herrscher. Oh, ich habe vergessen, dass ich die Herrscher doch auch alle will, obwohl ich sie nicht übertragen kann. Das habe ich übrigens auch getestet. Ich habe die Herrscher auf Bank getan. Ähm, und... Ja, ist das hier schon das Problem? Ja, ne? Wo war es das? Blub, geht nicht. Das hier geht nicht. Und Togedemaru geht nicht. Genau, die anderen gehen. Die habe ich dann rübergetan. Ich habe sie mir angeschaut in Karmesin und Popor. Oh nein, natürlich nichts ist anders. Ganz normale Pokémon. Nichts besonderes, kein größeres Pokémon. Kein Abzeichen, kein Titanabzeichen. Gar nichts. Also es ist... Schade. Ich glaube, stimmt, das habe ich vergessen. Ich werde noch... Das werde ich auch nicht mit euch machen. Ich werde noch alle Herrscher-Sticker nochmal sammeln. Dauert eine halbe Stunde oder so. Und dann, äh... Hol ich mir alle Herrscher ab. Und dann habe ich wirklich alle Herrscher. Und tu die auch hier drauf. Dann habe ich auf diesem... Ultramond-Spielstand... Der mir nicht mal gehört. Dieses nächste Spiel gehört mir nicht mal. Moment. Ja, dass auf diesem Spiel stand... Sind alle Herrscher drauf. Aber ich werde sie nicht übertragen, weil es macht keinen Sinn. So, wir entwickeln noch ein Wolpix. Und dann räumen wir kurz auf. Solgaleo kommt hinter Lunala. Und Cosmo kommt vor Cosmo-Rom. Und Typ Null kommt vor Amma-Mima-Bi-Babim. Und hier haben wir noch ein paar Lücken. Und dann hier... Fortunator und... Das passt ja fast perfekt, wenn ein Wolpix nicht wäre. So dumm, dass es auf diesem kleinen Bildschirm alles ist. Es tut mir leid. Und Zygarde... Hier... Und da sehen wir... Ich habe hier ein Schar-Wandel 50% Zygarde. Schar-Wandel, Arom-Care, Schar-Wandel. Perfekt. Level 50, Level 50, 63. Wunderschön. Und dann haben wir hier noch ein paar... Ultra-Bestien. Und Wolpix... Weiß ich nicht, wo ich das hin tue. Aber das ist das erste Mal, dass ich jetzt alle Pokémon im Spiel selber entwickelt habe, weil es hier so einfach war. Mein Karmesin und so wäre noch einfacher gewesen, aber es war nicht sehr umständlich. Und ich hoffe, ich habe einen... Eisstein. Sollten die hier nicht langsam sein? Oh nein. Ewigstein. Ich meine, ich habe einen Eisstein schon benutzt. Es muss doch mehr geben. Hakatak, Hakatak, Disks. Simsalanit. Warum habe ich Simsalanit? Es gibt Simsalanit? Achso, das ist eine Mega-Entwicklung. Ich dachte gerade, Z-Attacke. Alles gut. Ich habe gerade Angst gehabt, dass es eine Z-Attacke für Simsalanit gibt. Ah, hier Feuerstein, Wasserstein. Ah, nein. Ich habe keinen Eisstein. Wo gibt es Eisstein? Sag nicht, es gibt nur einen. Dann muss ich es wieder rüber tun. Eisstein. Usum. Pou und Pokémon Resort. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Es gibt hier keins. Dann wird das wohl in Karmesin und Popo entwickelt. Ich habe jetzt keinen Bock, das wieder rüber zu tun. Nur damit ich dann in Pou ein Sonnenstein habe. Passt schon. Ich habe alle Pokémon in Sonnen und Mond entwickelt. Außer Wullpix. Okay. 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 was war deine frage grob überschlagen was war deine frage wenn ich in gen 4 alle pokémon aus platin fange wie shaman darkrai kann ich die dann von diamant auf form übertragen weiss ich nicht ich wäre mir da nicht so sicher wenn du es schon mal gemacht hast du sagst es geht okay ich wäre mir nicht sicher mit diesen regeln die die da haben aber du musst es halt einfach ausprobieren okay ich kann hier nichts mehr tun ich habe fertig und wir sind jetzt bei 1191 fast 1200 es fehlen trotzdem immer noch wie können immer noch so viele fehlen 1191 wieso fehlen immer noch so viele gen 8 hat nur 80 pokémon macht das so einen unterschied machen die pokusans so einen riesen unterschied die pokusans machen sie diesen unterschied oder krass muss ja so sein 1191 mir fehlen noch 231 239 239 wie können mir denn noch 239 pokémon fehlen 239 pokémon fehlen mir noch wie 430 439 39 38 egal ja pokusans sind 70 stück aber dann sind es immer noch sau viele die fehlen aber ja ich meine es muss ja stimmen ich habe hier ja alles vor mir das ist ja die liste und gen 9 ist komplett abgehakt aber ich meine dann fehlen äh gigas gigas sind ja auch dabei gigas sind ja auch dabei legends arcas ist auch dabei die dlc sind dabei krass es sind trotzdem immer noch also in gen 8 muss ich ich muss jetzt genau ausrechnen ich traue meiner mathe nicht 1 4 3 1 minus 1 1 9 2 weil ich magianer dann habe 239 239 pokémon muss ich in gen 8 fangen krass ich finde das krass 239 in gen 8 wenn man legends arcas trennt dann sind es ein bisschen weniger aber es ist trotzdem aber ein großteil sind pokusans poko poko pokusans wollt ihr sehen was ich gemacht habe für trading card habe ich gestern gebaut das sind 70 pokusans 69 genau 63 pokusans sind es 30 pokusans ist ja nix 63 pokusans ähm ähm Das ist ein schönes Geräusch. Machst du die dann in Kapu? Das weiß ich noch nicht. Das ist sogar das Spiel. Ich habe es. Komplett legal alles hier. Wir emulieren nix, aber grundlos. Kostet nur 100 Euro das Spiel. Ein Spiel war, das ich noch nicht mal spielen kann, weil ich es nicht verstehen würde. Es ist japanisch only. Du hast es schon durch? Ich dachte, du hast es noch gar nicht. Es soll viel besser sein als der erste Teil. 100 ist krass. Ich glaube, es waren 80 oder 85 mit und dann Versand aus Japan. 100. Ja, das werden wir auch anfangen. Das Retro Achievements Projekt. Alle Pokémon Spiele mit Retro Achievements abschließen. Und wir fangen mit den besonderen an, die nicht jeder gespielt hat. Wie zum Beispiel dieses Spiel. Das hat wahrscheinlich so gut wie niemand gespielt. Weil es japan-only ist. Aber nicht für uns. Denn wir sind cool. Es hat die gleiche Musik. Die gleiche Grafik. Es ist die gleiche Nostalgie. Nur, dass es länger ist, größer ist, bessere Story hat. Man kann eine Frau sein. Und ich werde die Frau sein. Und ich muss mich anders nennen, weil irgendwie ist mein Name. Aber ich glaube, das liegt an dem Japanischen, dass mein Name so riesig ist. Ich finde einzig und allein den Münzwurf scheiße. Der ist nämlich nicht mehr wirklich zufällig. Echt? Aber vielleicht macht es das ja spannender. Team Grrr. Team Grrr, beziehungsweise Great Rocket. Gleiche Region sogar. Ja, es ist wirklich eine Fortsetzung einfach. Und nur, dass du natürlich alle deine Karten verlierst. Und du wieder von vorne anfangen musst. Also es ist quasi eine bessere Version als der erste Teil. Der erste Teil fühlt sich anscheinend danach an wie eine Beta. Meine Karten wurden gestohlen. Oh nein, wie kann das nur sein? Naja. Wir fangen das jetzt nicht an. Aber ihr seht, all diese Achievements gibt es. Und wenn ich diese Achievements habe, habe ich das Spiel wirklich durch und alles gemacht. Sogar noch mehr Sachen gemacht, weil es einfach cool ist zu machen. Ja. Spielen wir das nun? Wir fangen wahrscheinlich die Woche an, aber nicht jetzt. Es ist so toll. Ich weiß nicht, ob es fürs Zuschauen auch toll ist. Vielleicht kriege ich auch irgendwann die Kretze davon und höre auf. Aber ich wollte es immer spielen. Und ich will ja das Projekt anfangen mit den Achievements hier unter mir. Weil ich kann mit 100% nicht viel anfangen in Spielen. Ich meine, es gibt ja genug Leute, die 100% machen wie Razorgrad oder natürlich Carp for Diem. Ich verbinde das gerne mit Achievements. Vor allem, weil das nochmal dafür sorgt, dass man 100% macht. Aber ich finde halt die für mich interessanten 100%. Da sind dann so krasse Grindsachen vielleicht nicht mal dabei. Wie ein bestimmtes Item kriegen. Sondern dafür sind halt aber Sachen dabei, die man sonst nicht machen muss. Wie besiege diesen Gegner in der Geschwindigkeit, damit eine Special Cutscene erscheint oder sowas. Aber es kommt auch drauf an, wer die Achievements gemacht hat. Wie kreativ die sind und sowas. Ah ja. Und vor allem für, wenn die mal fertig sind damit. Der eine Mensch, der das macht. Dann will ich Pokémon XD spielen. Mit Achievements. Razor möchte wirklich jedes Pokémon Game von 100% spielen. Ja, dann muss das auch dazugehören. Dann wird er auch irgendwann das hier machen müssen. 30 Minuten geht noch? Nein, nein, nein. Wir müssen ein Projekt anfangen. Wenn es angefangen wird. Okay. Somit. Der Beat. Der Beat. Der Gameboy Beat. Jedes auf 100%. Also jeden Game, jedes Pokémon als Shiny. Ja, ist krass, ne? Trottel. Der Snogs ist da, also gehen wir Snogs besuchen. Vielen Dank fürs Dasein. Wir sind mit Gen 7 fertig. Aber jetzt machen wir wieder andere Sachen. Beziehungsweise ihr dürft mich täglich fragen, wann ist das Gen 7? Video endlich fertig. Aber wir müssen dem Video bestimmt wieder einen Monat geben, bevor es fertig ist. So ist das. So ist das. Aber es wird fertig und ich werde es versuchen, nicht länger als 30 Minuten zu machen. Das muss doch möglich sein. Das muss doch möglich sein. Danke fürs Dasein. Wir raiden den lieben Just Snogs. Der Shiny hantet gerade Geosali anscheinend. Shiny los seit 18.30 Uhr. Nach am 7.10. Hä, aber es ist 18.28 Uhr. Ach so. Zeitzonen. Man kennt sie. Danke fürs Dasein. Und bis morgen. Wir spielen morgen, wenn ich es hinkriege, die vier schlechtesten Pokémon-Spiele, die existieren. Ihr werdet morgen sehen, warum. Aber sie sind ultra schlecht. Tschüss. ién einfach. Sie sind jedenfalls. da-